So, Tweet ist raus, Stream läuft, Aufnahme tut auch. Ja, dann fahren wir an, oder? Dabei, dabei. Dabei, dabei. Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 344. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Herr Basti. Gute Grüße. Und wenn wir viel Glück haben und alles so läuft wie geplant, dann kommt in so einer halben Stunde der Herr Marvin auch noch dazu. So, wir wollen heute reden über so ein bisschen Fußball und zwar über Mailand, Nürnberg und sonstige Dinge. Und wir fangen jetzt mal so ganz unchronologisch gleich mit Nürnberg an, aber ich habe erstmal eine Frage an dich, Basti. An wie viel Prozent von dieser gesamten letzten Woche kannst du dich noch erinnern? Tatsächlich an 95 Prozent, René. Okay, also wenn ich so verschiedenste Dokumentationen und Fußball 2000 Folge vom Anfang der Woche, gesehen habe, dann hätte ich jetzt auf unter 80 Prozent getippt, aber gut. René, aber genau, du hast schon einen richtigen Riecher gehabt, genau da fehlen mir die 5 Prozent. Die 5 Prozent sind am Ende von Düsseldorf, da muss ich sagen, da ging es in Grenzbereiche, weil mir da auf dieser Fahrt Bohnekamp gereicht wurde. Man sah es, ich kann dich, falls dir der Teil auch fehlt, es wurde videografisch festgehalten, die Menschheit konnte es sehen. Ja, und ja, da wurde es dann grenzwertig, aber ansonsten muss ich sagen, war es zwar viel, aber es gab keinen von den von mir bekannten Ausfällen, die dazu führen, dass irgendwie Filmriss entstanden ist. Also ich muss sagen, ich habe alles sehr, sehr genossen, auch wenn es natürlich in meinem Herz, an meiner Stimme wahrscheinlich noch sehr, sehr anstrengend war. Ja, das ist in der Zeit richtig, das Handy konntest du ja nicht verlieren, das war ja zu dem Zeitpunkt noch weg. Gut, dann machen wir jetzt mal so ganz untypisch mit, fangen wir diesmal mit Nürnberg an, aus dem einfachen Grundfall, aber bei dem Intersegment gerne Marvin mit dabei hätte, der ja auch mit vor Ort war und von daher schieben wir den Teil ein bisschen nach hinten und sprechen jetzt erstmal über dieses Nürnberg-Spiel. Die Eintracht läuft weniger Kilometer, schießt aber gefühlt irgendwie dreimal so viel wie Nürnberg aufs Tor, aber macht am Ende nur eine einzige Bude. Ist eigentlich so von der Auswertung, hätte man eigentlich denken können, da hätte man noch irgendwie so ein zweites oder so ein drittes Tor irgendwie eigentlich noch fallen müssen, oder? Ja, das wäre eigentlich auch passiert, wenn es nicht irgendwie Wien-Mailand schon ein Slapstick-artiges hingegeben hätte. Ich glaube aber, es ist noch kein Grund zur Panik. Ich habe von vielen schon gelesen, Wien-Mailand, die Eintracht hat jetzt ein Problem, habe ich glaube ich sogar in irgendeiner Zeitung gelesen. Das alte Problem. Ja, Torplote und so weiter. Ja Leute, ganz ehrlich, wenn euch zwei Stichproben ausreichen, um diese Panik zu haben, dann bin ich froh, dass die meisten von denen nicht in der Stochastik oder in irgendwelchen statistischen Ämtern arbeiten. Wenn die Eintracht diese Chancenverwertung, die die ganze Saison hat, wo die echt im oberen Bereich der Bundesliga ist, und es gibt jetzt mal zwei Ausreißer nach unten, die trotzdem gut gehen, dann ist da noch alles in Ordnung. Das ist, glaube ich, einfach normal, dass wenn du ein Experiment machst mit verschiedenen Ausgängen, die meistens bei Täuschisten ja 50-50 sind, dann ist es halt manchmal so, dass selbst zwei Spiele hintereinander haben. Das passiert, solange die Chancen da sind, ist alles in Ordnung. Nur hast du es ja angesprochen, für meine Nerven wäre es besser gewesen, wenn das in der zweiten Halbzeit so gegen 50, 60. Minute das 2-0 gefallen wäre, weil dann wäre Nürnberg auch komplett, glaube ich, noch mal ein weiterer Stecker gezogen worden. Ich weiß nicht mal, ob da überhaupt einer drin war bei denen, aber trotzdem weiß er, wie es ist. Fußball, blam, blam, wir haben ja schon alles erlebt, gerade in Frankfurt. Dann fällt plötzlich einer rein. Das wäre ja am Ende sogar auch passiert, beziehungsweise um chronologisch zu bleiben, ganz am Anfang schon. Das war ja, 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 das war ja sehr, sehr knapp. Vielleicht, um noch mal ein Stückchen weiter nach vorne zu springen. Wir haben rotiert. Was zu erwarten war, Touré rückt in die Innenverteidigung. Indica war auf der Bank, war nicht? Nee, der war nicht mal auf der Bank. Genau, der war ja so ein bisschen angeschlagen. Valet war auf der Bank. Fernandes war wieder da. Der durfte ja in der Euroleague wegen Sperre nicht ran. Und im Sturm gab es auch ein bisschen Rotation. Paciencia für Haller, der ja auch die Woche schon so ein bisschen angeschlagen war an der Stelle. Und Rebic war anscheinend noch nicht fit für die vollen 90 Minuten, weil ganz ehrlich, nach der Laufleistung gegen Inter, aber da kommen wir auch gleich nochmal dazu, hätte ich eigentlich auch erwartet, dass Jovic auch eine Pause kriegt. Aber da würde ich jetzt einfach mal drauf tippen, dass Rebic da einfach noch nicht die Luft hatte für die kompletten 90 Minuten. Ja, vielleicht auch so ein bisschen Vorsichtsmaßnahmen-mäßig. Ich glaube, das war wirklich so gedacht, dass die langsam sich rantasten, dass der dann jetzt, ich weiß gar nicht, der ist auch zur Nationalmannschaft, glaube ich, geflogen direkt. Ich meine ja. Also es sind ja so viele Tänenspieler, der wäre dabei. Genau, bei Instagram hat er sich über irgendeinen Fluggast lustig gemacht, außer wie Justin Bieber. Deswegen war er ziemlich zeitnah in den Flieger drin. Und dann, ja, ich glaube, das war dafür gedacht, Jovic ist natürlich Wahnsinn, gell? Also du hast es ja angesprochen, der ist ja nach dem Mailand-Spiel auf dem Boden gesackt und hast irgendwie gedacht, scheiße, hol einer mal ein Beatmungsgerät. Wie übrigens alle, kommen wir spielen dazu. Aber der hat das, und Jovic hat für mich in dem Spiel, da ist mir zum ersten Mal richtig krass noch eine weitere Facette in seinem Spiel aufgefallen. Dieses, was wir eigentlich hier auch nicht gedacht hätten. Weißt du noch, als wir die Diskussion über die Büffelherde hatten, wer der Zehner ist? Rebic, naja, dann haben wir gesagt, wenn überhaupt, dann vielleicht sogar Haller, aber auf keinen Fall Jovic. Das hat sich in dem Spiel so ein bisschen widerlegt. Also er hat mich sehr, sehr überrascht, weil er sehr, sehr viele vorletzte Pässe gespielt hat, wie auch bei dem 1-0. Und das kannte man von ihm. In der Weise kannte ich das nicht von ihm. Also das hat ja eigentlich immer Haller übernommen. Aber vielleicht dadurch, dass er jetzt mit Pässe gespielt hat, waren die Rollen so ein bisschen anders verteilt. Also der hat schon das Bälle festgemacht, der ist gelaufen, der Defensive. Also er kann halt zumindest, also gerade was das Laufen und so weiter angeht, und er hat auch durchaus diese Übersicht für das Spiel. Ich hätte ihn halt bislang eher im Vergleich zu Haller nicht auf der Position gesehen, weil Haller für mich der stärkere Spieler ist, eben in dem Teil mit Bälle annehmen, die festmachen und so lange halt eben quasi verteidigen, bis der Mitspieler, der mitspielende Stürmer oder die Außen oder wer auch immer da einfach auch mitgelaufen ist. Aber so rein, das ist gerade, glaube ich, auch in diesem Nürnberg-Spiel nochmal durchaus bewusst geworden, aber auch eben in den Spielen davor, wo er sich dann gegen die Abwehr und so weiter durchsetzt. Von der Körperlichkeit her kann der das schon. Das ist vielleicht dann nochmal so dieser Größenunterschied, der das einfach vielleicht optisch nochmal so ein bisschen irgendwie nicht so deutlich macht. Aber ja, also gerade was so die Spielübersicht angeht und so dieses Pässe-Spiel, du hast ja gerade eben das 1-0 schon angesprochen, wie er einfach sieht, dass Kostic da links läuft und diesen Pass halt auch perfekt in diesen Lauf da rein spielt. Boah, also das war schon groß. Das war Wahnsinn. Also für mich war Jovic der Spieler des Spiels auch da, weil er wirklich, wirklich überall war. Also Jovic, das hört sich übertrieben an, aber Jovic kann alles. Also der ist wirklich, wir haben es in Mare gesehen, wie schnell der auch sein kann, also wie explosiv der auch ist, körperlich. Was man bei ihm gar nicht sieht, weil er so eine bullige Figur hat, der ist trotzdem schnell, aber der ist 1,85 auch. Also der wirkt ja eher wie so ein kleinerer Stirn, aber 1,85 ist gar nicht so klein. Nee, 1,85 ist nicht klein, aber wahrscheinlich ist es halt auch so im Vergleich zu einem Haller oder zu einem Paciencia, die ja gefühlt nochmal einen Ticken irgendwie größer sind und er halt eben, wie du schon sagst, einfach diese Statur einfach auch hat, was ihn halt irgendwie vielleicht dann auch kleiner wirken lässt. Ich habe gerade eben nochmal nachgenaut, Paciencia ist jetzt auch nur zwei Zentimeter größer als Jovic, also die Theorie geht auch nur bedingt auf. Ja, das ist schon Wahnsinn, muss man schon sagen. Das hat, obwohl die beiden sich, glaube ich, noch nicht so gut kennen mit Paciencia, auch einigermaßen gut funktioniert im Defensivverbund, also die anderen hatten nicht so viel zugelassen. Paciencia hatte dann auch ein paar Szenen, wo du denkst, ja, der war ein bisschen unglücklich, er hat an die Latte geköpft und einmal hat er diesen merkwürdigen Schuss in der ersten Halbzeit gehabt. War jetzt nicht sein unfassbarster Auftritt, aber ganz ehrlich, Ja gut, aber du musst jetzt auch bedenken, das ist jetzt irgendwie das dritte Spiel, wo wir ihn da jetzt irgendwie sehen und ich hatte es ja letzte Woche mit Alex durchgesprochen, der kann halt schon am Ball einfach unwahrscheinlich viel, also von dem haben wir jetzt einfach auch noch zu wenig gesehen, um das jetzt wirklich in kompletter Gänze bewerten. Er hat nicht genug Spiele gemacht. Ja. Weißt du, also der ist, für ihn war es ja auch kein Guckmann, der kommt hierher, der verletzt sich, während seiner Zeit, wenn der Reha macht, sieht der alter Haler, Rebic, Jovic, Bomben, ja, fast Europa weg, so in der Art, weißt du, also das ist ja nicht nur die Bundesliga gewinnen, sondern einer geiler als der andere, kommt dann trotzdem, hat sich noch auf einen Haar-Moment. Und wie du es gesagt hast, das hat sich in dem Spiel auch an gewissen Stellen angedeutet, der kann auch kicken. Das hätte ich am Anfang nicht gedacht. Ich hätte ja gedacht, das ist so ein Typ Deluxe, Rob Friend, der dir wirklich mal wirklich langen Haar fährt und dann die Bälle fest, man kann Kopfballtore schießen kann. Aber ist ja auch gar nicht, also er kann auch kicken. Das könnte einer werden, der wirklich auch jetzt im Saisonenspurt noch wichtig werden kann, weil er dann, für ihn ist dieses Nürnberg-Spiel dann eben nicht dieses Downer-Spiel, sondern das ist für ihn das Spiel, worauf sein Fokus liegt, weil er in Mailand halt nicht so im Fokus stand. Das ist ganz wichtig. Das hast du mit Torea auch angesprochen. Der kommt rein, das ist für ihn dann das Spiel. Der ist dann gar nicht drin. Das ist für ihn das Spiel, wo er sich beweisen muss, weil er ist auch neu. Und wie das funktioniert, es standen glaube ich drei Wintertransfers in der Startelf. Das ist schon bemerkenswert. Also das ist bemerkenswert, wie diese Mannschaft funktioniert, auch wenn so ein Spiel eben unglücklich läuft. Weil ich glaube, die Spieler selber waren echt platt. Dann hast du einen Gegner, der kämpft ums Überleben, die stehen mit 8.000 Mann hinten drin und dann musst du ja auch erstmal diese Geduld aufbringen. Und ich weiß nicht, was Kostic in seinem Frühstück hat, aber dieser Typ und da kostet er ja auch, Kostic in kannst du auch nicht hoch genug bewerten. Da stehst du ja auch, was ist los mit dem? Klar hat er Streuung in seinen Flanken. Aber dass er immer wieder diese Läufe macht und diese Verteidigung an sich zieht, das ist spektakulär. Das ist Wahnsinn. Der Typ rennt hier, seit er hier ist gefühlt, einfach rennt er durch. Und so hast du so viele Puzzleteile, die sich dann zu einem Gesamtkonstrukt zusammensetzen, die es einfach schaffen, so ein Spiel, ich nenne es mal, wegzumoderieren. Einfach zu sagen, ey, wir gewinnen 1-0, wir zittern am Ende vielleicht ein bisschen, aber Hintegger und Hasebe, die haben das hinten wie Chefs gemacht. Also da ist nichts angebrannt, dann fühlt sich ein Touré natürlich auch viel sicherer, wenn er mit solchen 2 spielt. Das war natürlich nicht das beste Saisonspiel, aber aufgrund der Umstände war das für mich schon sehr, sehr beeindruckend, weil, um jetzt meinen Monolog zu beenden, wenn du dir die Bank angeschaut hast, da saßen 130, 140 Millionen auch auf der Bank. Das ist, musst du dir auch erstmal, ich erinnere mich immer, und ich sage es auch immer wieder hier, ich erinnere mich an Zeiten, da waren auf der Bank Flum, Larni, Geniofski, was weiß ich, irgendwelche Graupen, die waren zusammen keine 140 Euro wert und jetzt hast du wirklich 140 Millionen da sitzen und kannst sie ja dann auch noch bringen und mit Rebetsch hätte es ja sogar fast noch funktioniert. Ja, also ich weiß nicht, ob Touré, ich glaube, der passt halt einfach wirklich in diese Abwehr da hinten schon extrem gut rein, weil der hat die Erfahrung und der hat an sich ja schon so ein Standing, ich erinnere mich noch sehr gut an die Szene, das war gegen, war das gegen Düsseldorf oder in dem Spiel davor? Ich glaube, es war in dem Spiel davor, wo der dann da einfach mal so eben auf den Ball tritt und diesen Zweikampf da beendet, indem er halt einfach mal den Fuß da drauf hält. Also der kann halt einfach schon extrem viel. Aber ja, du hast es angesprochen, unsere Außenkostet, Stakostet können wir glaube ich nicht oft genug erwähnen, was die da jede Woche irgendwie abreißen und Dacosta hatte ja auch die ein oder andere Torchance. Also ja, in dem Fall waren es ja jetzt auch die eigentlich vermeintlichen Abwehrspieler, die auf Torjagd waren. Dacosta, der seine Chancen hatte, Hinteregger, der das Tor machte halt einfach mal rotzfrech mit nach vorne läuft, was mir beim Interspiel schon aufgefallen ist, wo er dann halt auch einfach mal quasi über die Mittellinie geht, um dann da mal Bälle zu verteilen. Aber auch Bälle festzumachen. Ja, und dafür Enjovic dann mal hinten irgendwie ausgeholfen hat. also da zeigt sich auch so diese diese Hütter-Philosophie, der ja auch sagt, ihm ist es vollkommen egal, wo die Spieler unterwegs sind. Hauptsache der Gegner und die Passwege sind zugestellt. Wer das am Ende macht und wo die Spieler das machen, ist ihm ja fast egal. aber Hinteregger ist geil, man muss sich mal die Entstehung von dem Tor anschauen, weil er bleibt da wirklich auch stehen. Also er ist eigentlich, der normale Verteidiger rennt ja dann sofort wieder nach hinten, weil die Szene so gegessen wird. Er bleibt aber da. Der ist quasi als Mittelstürmer einfach dahin gestellt und hat irgendwie schon dieses Gespür gehabt, dass da vielleicht noch was passieren könnte. Ja. Das fand ich schon arg bemerkenswert. Naja, er hat ja in der Jugend hinter Egger in Richtung gespielt. Genau, das habe ich dann auch irgendwo gelesen, das wusste ich nicht, aber hat sich auf jeden Fall da zumindest gezeigt, weil er den Bein auch nicht reinholt, sondern er schiebt ihn locker rein. Ganz überlegt, er weiß ganz genau, wo der Torwart ist und wie viel Kraft das da irgendwie braucht. Da siehst du manch einen Stürmer, der dieses Gefühl nicht im Fuß hat und das Ding irgendwie mit voller Wucht irgendwie drei Meter übers Tor ballert aus einem halben Meter Entfernung. Also, so welche hatten wir früher auch mal in der Mannschaft. Ja, es ist so, wie gesagt, Nürnberg hatte da am Anfang oder am Ende eine Chance, jeweils Hanno Behrens, aber ansonsten da hatten die einfach nicht viel zugelassen. Das fand ich einigermaßen spektakulär. Und die, die wirklich brenzlig hätten werden können, die hat auch, muss man auch an der Stelle einfach erwähnen, unser Super-Torwart Kevin Trapp da auch ganz souverän irgendwie weggeholt. Ja, Kevin Trapp muss man da auch. und quasi dann da das Ding noch so schön um den Pfosten lenkt. Also, ich habe mir im Nachhinein die Zusammenfassung von Bayern gegen Mainz angeguckt. Also, der ist irgendwie zweimal mehr Niveau gerade da als unser Nummer 1 Nationaltorhüter. Ja, muss man sagen, er strahlt auch diese Sicherheit aus. Das haben wir in Frankfurt auch lange nicht. Dass du einen Torwart hast, wo du nicht einfach komplett zitterst, wenn da ein Ball in den Fünfer fliegt, sondern der flischt die halt einfach weg. Das ist nicht immer spektakulär. Das ist auch nicht immer so, dass er dann so brenzlige Situationen verhindert, aber er verhindert halt dadurch überhaupt das Entstehen schon. Er entstickt das im Keim und fängt dann diesen Ball an chillen. Der ist sicher mit dem Fuß. Der kann mit links und mit rechts die Bälle, macht es dann Gott sei Dank auch einfach nach vorne klatschen, damit überhaupt nichts passiert, wenn die Verteidiger ihn anspielen. Und dann kann man immer noch mal im Mittelfall gucken, dass man irgendwie den zweiten Ball dann kriegt. Das ist sehr, sehr wichtig. Das einzige Ärgernis, was ich hatte, war A, diese Chancenverwertung, weil es teilweise wirklich kurios war, was da passiert ist. Also wie die dann, dann muss der einen rüberspielen und dann macht er das alleine und dann muss ich, es tut mir leid, wahrscheinlich habe ich mich jetzt auch subjektiv und selektiv zu sehr auf ihn eingeschossen, aber Gacinovic nervt mich immer noch. Da ist eine Szene, da läuft der 25 Meter mit dem Ball und links, neben ihm läuft jemand und du weißt, Spiel, 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 du weißt es und der wartet so lange, bis der Nürnberger in der Lage ist, sein Bein dazwischen zu machen. Das verstehe ich nicht. Ja, aber das haben wir in anderen Spielen schon gesehen. Er kann sich an der Stelle einfach nicht entscheiden. War das nicht in dem Inter-Spiel, wo er läuft und läuft und läuft und drauf wartet, dass jemand mitläuft, um den Ball abzuspielen, anstatt sich drauf zu konzentrieren, abzuschließen und in dem Fall ist es andersrum. Er hätte halt wirklich, da konzentriert er sich auf abzuschließen und spielt dann in der letzten Sekunde irgendwie ab, was halt einfach nichts bringt. Das ist auch eine Gefahr teilweise, weil der macht dann, der steht am 16er, der macht einen Übersteiger und du hast das Gefühl, der weiß, bevor er den Übersteiger anfängt, gar nicht, wo das enden soll. Das heißt, der macht erst einfach mal. Dann verliert er völlig unmotiviert den Ball und der Eintracht läuft in den Konter. Da ist Gott sei Dank nichts passiert, aber es ist glaube ich nur ein Eckball dann entstanden für Nürnberg. Trotzdem hast du den Ball am 16er vom Gegner und plötzlich hat der Gegner einen Eckball, weil du nicht weißt, warst du bei deinem Übersteiger. Ich würde ihm halt so sehr wünschen, dass eine von diesen Sachen einfach mal klappt, dass er wirklich einfach mal, keine Ahnung, der, keine Ahnung, kostet schleiflings neben ihm, er täuscht den Pass an, zieht ihn in die Mitte, klatscht, er zieht ab und auf einmal steht es 1-0. So diesen Moment, weil die Anlagen hat er ja, das ist ja nicht so, dass das ein nerviger Spieler ist, der überhaupt nicht kicken kann und der die irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht, die, äh, die Haare raufen lässt, weil du sauer bist, nicht so, Gott, was eine Graupe. Nein, der Typ hat ja auch im Spiel richtig geile Szenen drin, wo er den Ball behauptet mit seiner Technik und dann verlagert er das Spiel auf die andere Seite, wo du denkst, geil, Digga, geil und der bereitet dir auch Tore vor und sonst irgendwas. Ja, aber ich glaube, er hat seine Rolle noch nicht gefunden, er kann sich, er hat sich noch nicht entschieden, ob er jetzt tatsächlich der Torjäger sein will und der die Boden macht oder ob er derjenige sein will, der die Bälle verteilt und die Dinger vorbereitet. Wenn er sich da mal im Kopf einig wird, dann funktioniert das auch, aber der hat immer noch irgendwie diese, diese zwei, ähm, diese zwei Geister da im Kopf und er muss einen davon halt ganz dringend einfach loswerden, weil beides permanent funktioniert nicht. Ja, aber dann soll er, wenn das so ist, dann soll er sich darauf konzentrieren, Tor auf den zu bereiten, eigentlich das Spiel zu strukturieren, weil er hat die Technik, den kannst du anspielen auf engstem Raum, der kann auf engstem Raum Situationen auflösen, der kann auch mal einen aussteigen lassen. Das Einzige, was er braucht, ist diese Frische im Kopf und die hat er nicht. Ich habe bei Fußball 2000 heute gesagt, dass er sich ein bisschen mit Alex Mayer unterhalten sollte, weil Alex Mayer ein ähnlicher Spieler war. Das heißt, wenn du den unter Druck gesetzt hast, ist er völlig nervös geworden. Und der genauso. Und was hat Alex Mayer gemacht? Er hat einfach alles, was er gemacht hat, direkt abgeschlossen. Und dass er sich so ein bisschen mehr einfach denkt, ich überlege jetzt gar nicht, sondern ich spiele einfach den Ball. Und dann ist doch keiner sauer, wenn da mal ein Fehlpass rauskommt. Ich bin echt nur sauer, weil sie steigert sich ja dann, wenn du weißt, okay, der läuft jetzt los und der kreiert mit seiner Schnelligkeit natürlich auch, sorgt er selber für die Szene, nur um sie dann selber danach zu versauen. Das ist ja das Schlimme. Es ist ja nicht so, dass man irgendwie denkt, ey, du bist so schlecht, lass mich in Ruhe. Nein, der macht ja gute Sachen. Aber das ist wie, wenn auf deinem Playstation-Controller irgendwie, du denkst, der Knopf funktioniert nicht und du schmeißt deinen Controller an die Wand. Also, ja, das macht mich wahnsinnig, aber auch hier, sorry Leute, das soll nicht der falsche Eindruck entstehen. Der Typ ist nicht schlecht. Er hat halt trotzdem manchmal wieder diese ärgernisse Situationen drin, wenn er die abstellt. Und wir hatten es, glaube ich, auf der Maylandfahrt hatte ich es mit Marvin mal besprochen, was du angesprochen hast, wenn er jetzt auch noch Torjäger werden würde, dann würde der, glaube ich, auch nicht mehr hier spielen. Weil, äh, dann hätte er ja quasi auch alles. Ich hoffe einfach irgendwie, ja, dass sein, sein bester Kumpel Rebic ihm so ein bisschen, eigentlich müsste er, die sind ja Best Buddies, die pennen auch, glaube ich, im Zimmer zusammen, hatten ja bei dem Pokalfilm gehört, äh, dass er irgendwie immer, er holt, glaube ich, die Zimmerkarten, Rebic holt das Wasser, das fand sich bewährt, das wird auch nicht geändert. Und dann, äh, dass Rebic ihm so ein bisschen von seiner, ja, von seinem fast schon autistischen, ja, wie soll ich sagen, ich weiß gar nicht, wie man die, aber wenn man das am besten in ein Adjektiv pressen kann, Rebic ist ja einfach so, der ist ja so ruhig, als hättest du dem irgendwie so eine Berührungsspritze gegeben in den Situationen. Natürlich ist er explosiv, aber der guckt so, wie ein Iceman, der macht seinen Übersteiger, der weiß auch, Rebic weiß auch, ich glaube, und das ist der Unterschied, Rebic weiß vorher, wenn er diesen Übersteiger macht, der Gegner weiß das auch, aber der prallt der Gegner an ihm ab und er weiß das. Und so einen Move bräuchte Garcinovic auch, beziehungsweise im Kopf, zu wissen, wenn ich jetzt gleich hier mit dem Außenriss den Ball auf die Außen spiele, dann kommt der Gegner da nicht dran. So, das muss er irgendwie im Kopf haben, anstatt zu denken, hoffentlich, 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 und dann hat er nämlich diese halbe Sekunde verschenkt. Naja. Am Ende können wir, glaube ich, sehr zufrieden sein, wir haben die drei Punkte geholt, wir haben das Tor gemacht, wir stehen jetzt auf Platz 5, ein Punkt hinter Gladbach, die mir, freundlicherweise, meinen Tippschein für die Woche direkt am Freitag schon zerlegt haben. Liebe Grüße. Ja. Wettigel. Ja, nix hier, Wettigel. Blöde Fohlen da, ey. Okay, ähm, ja, und wir schnuppern diese, diese Champions League Luft, da hat einer mal schön das Fenster aufgemacht, während da drin das Champions League Süppchen gekocht wird, und wir stehen jetzt sabbernd davor, und können jetzt entscheiden, klettern wir rein, oder bleiben wir draußen? Boah, nee, ich würde das gerne ignorieren, das Thema, also, die Wochen sind eh schon emotional genug, wenn ich da jetzt auch noch dran denke, weil, man will ja auch nicht gierig werden, guck mal. Ja. Ich hatte es jetzt auch letztens mit Dennis und Marvin, wir sind vor zweieinhalb, vor zwei, dreiviertel Jahren, ungefähr sind wir, fast drei jetzt, sind wir, bin ich mit dem Alex und dem Marvin völlig fertig aus Nürnberg nach Hause gefahren. Ja. Und wir haben den Abstieg verhindert, und wir haben ja auch hier drüber gesprochen, diese Team-Kovac-Zeit war ja auch für den Eintracht-Podcast echt eine wilde Zeit auch, weißt du, also, dieses, was hier los war, und dann haben wir zu Hause gegen Hoffenheim verloren, alle dachten, es ist schon vorbei, dann hatten wir diese Last-Minute-K-O Saison, wo wir gegen Rom, Marseille, Schachter-Donetsk, Inter-Mailand und jetzt bald Benfica-Lissabon spielen und haben den Pokal vorher noch gewonnen mit dem emotionalsten Moment ever mit Gacinovic seinem Lauf. Wir erleben diese Sache, wir sind mit 15.000 Leuten im San Siro, gewinnen dort den lautes Tutorjubel seit Alex Mayer seinem Abschieds-Tor und du hast das Gefühl, emotional geht gar nicht mehr, du willst auch gar nicht mehr verlangen, die Eintracht setzt immer noch einen drauf und wenn du jetzt mich fragst, Basti, stell dir mal vor, wie es steht nächstes Jahr im Waldstadion und die Champions-Sieg-Hymne geht an. da kriege ich jetzt noch, da kriege ich hier Gänsehaut, dass wahrscheinlich meine Haut aufplatzt und ich will es mir gar nicht erlauben, das zu hoffen, weil eigentlich für mich ist es momentan schon schön genug. Also das ist ja auch, was man irgendwie mal auch menschlich irgendwie besser hinkriegen sollte, zu sagen, man muss manchmal auch mit den Sachen zufrieden sein, die da sind und nicht immer mehr und mehr, aber natürlich erwische ich mich dabei zu denken, ey, Gladbach hat so eine leichte Delle drin, die haben dann hier, die verlieren 3-0 zu Hause gegen die Hertha, bla bla, die haben mit bisschen Glück dann in Mainz gewonnen, die jetzt, Mainz auch, haben wir gesehen, die sind auch kacke momentan, die haben es jetzt auch nicht geschafft. also, das ist möglich, weil diesen Einbruch, den wir die ganze Zeit erwartet haben, der durch die Euroleague kommt, der kommt nicht, weil wir das halt durch diese Wintertransfers echt gut auffangen können. Und es tut mir leid, das ist definitiv möglich, dass die Einbruch dieses Jahr in die Champions League kommt. Ja, du hast gerade einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich, was diese Entwicklung angeht und das hatte uns die Tage auch nochmal einer auf Twitter geschrieben, ich finde nur gerade diesen blöden Tweet nicht. 2016 Relegation, 2017 Pokalfinale, 2018 Pokal gewonnen, 2019 Viertelfinale jetzt der Euroleague. Das ist, also ich glaube, das ist, das kann man glaube ich nicht mehr Entwicklung nennen, sondern da sind wir schon über das Thema Entwicklung irgendwie meilenweit drüber hinaus, was wir da in den letzten dreieinhalb Jahren irgendwie hingelegt haben. Eben, das ist ja nicht mal Schritt für Schritt, das ist ja fast schon zu schnell. Ja, das ist, das ist es. Nicht zu schnell war, dass wir jetzt den Herrn Marvin mit dabei haben, guten Abend. Hi, hallo, ich habe mich trotzdem ganz schön beeilt und bin ganz schön schnell hier gewesen. Ja, ich hoffe, da waren nicht irgendwelche Blitzfallen oder Dinge dazwischen. ich habe ganz genau geguckt, ich glaube, es lief ganz gut. Hervorragend, dann schön, dass du es geschafft hast. Wir haben gerade eben, ich versuchte Basti so ein bisschen in Richtung Champions League zu schieben, er wehrt sich innerlich noch so ein bisschen, man kann es raushören, aber ich glaube, wir kriegen ihn in den nächsten, in den nächsten Wochen noch so ein bisschen dahin. Träumen darf erlaubt sein. Warst du ein Champions League, oder was? Ja, ist halt ein geiles Thema eigentlich, ne? Ich meine, wir können eh nichts dagegen machen. Nee, wir können nichts. Aber irgendwie so das Gefühl kann ein bisschen erlaubt sein. Das Geile ist halt, und das sage ich jetzt nur heute nach dem Nürnberg-Sieg, dass wir die wichtigen Dinge halt auch gegen Nürnberg gewinnen, gegen Hannover gewinnen. Und wenn wir jetzt natürlich auch noch gegen Stuttgart gewinnen, was auch relativ bald kommt, ja, dann ist das Träumen so ein wenig erlaubt, aber egal, wie es kommt, ich will ja eh die Euroleague gewinnen, und auch dadurch würden wir uns für die Champions League wieder qualifizieren. Das ist ja das Nächste, was Marvin noch anspricht, wir haben ja jetzt alles aufgezählt, wie geil es alles war, und dass Marvin und ich aus Nürnberg von der Radiation kamen, was dann alles passiert ist. Ja. Es kann doch noch sein, dass ihr einen Europa-Pokal holt. Ach du liebe Zeit. Also ich glaube, hätte uns das einer vor zwei Jahren gesagt, hätten wir gesagt, Digga, ruf mich nie wieder an, lass mich in Ruhe. Ja, genau. Ja. Also ich glaube, wenn es so weit kommt, dann ist es, wenn du dein Handy verlierst, noch deine geringste Sorge. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, das ist tatsächlich so. Und was Marvin anspricht, dieses natürlich darf man träumen, aber wir müssen ja, selbst wenn wir uns jetzt mal probieren, zu zwingen realistisch zu sein, dann wäre es ja sogar, sagen wir mal, die Eintracht scheidet jetzt gegen Benfica aus, das Viertelfinale absolut respektabel. Ja. Wenn die Eintracht sich dann als Fünfter erneut für die Euroleague qualifiziert, ist das eigentlich schon wirklich, ja fast schon das Höchste der Gefühle im Sinne von, ey, wir hatten vor der Saison echt Angst, dass wir so eine Köln-Nummer abziehen und Doppelbelastung und Hütter war schon in der Kritik vor dem ersten Spiel, blablabla. Wenn wirklich die Eintracht Fünfter werden würde und nicht in die Champions League kommt, dann ist das auch immer noch unfassbar überragend, selbst wenn die Sektor wieder 6. Ich hatte ja gerade eben das aufgelistet mit dieser Entwicklung von 2016 bis heute. Also ganz ehrlich, wir haben da etwas hingelegt und Dinge irgendwie geschafft, da brauchen andere Vereine irgendwie 10, 12 Jahre für. Also, ja, wir haben eine solide Mannschaft, wir stehen immer noch in dem ersten Drittel der Bundesliga-Tabelle mit jetzt vielleicht über die ganze Bundesliga gesehen, vielleicht eher so eine mittelmäßige Saison, aber zumindest die, die da vorne sind, da können wir halt jetzt einfach schon sehr bequem mitlaufen, ja. Wir haben am 21. Spieltag den Nichtabstieg mit den 40 Punkten irgendwie klar gemacht oder am 22. Wir stehen jetzt im Viertelfinale von der Euroleague. Also, das ist, glaube ich, wenn du wirklich so diesen Rückblick von vor drei Jahren bis heute machst, ist das halt eine Entwicklung, die gigantisch ist und wir haben die Möglichkeit, Spieler in einem dreistelligen Millionenfeld irgendwie am Ende der Saison zu verkaufen. Also, das muss halt auch erstmal irgendwie geschafft werden. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und es ist halt, wir leben momentan in einer Zeit, in der wir als Eintracht-Fans einfach sauviel Glück haben und auch manchmal jetzt ein bisschen Detox brauchen und uns immer wieder ein bisschen erholen müssen, ja, von all den Strapazen. Aber das sind die geilsten Strapazen, die wir jemals erleben konnten im Vergleich zu all diesen Zeiten, in denen wir gegen den Abstieg, im Abstieg gekämpft haben. Es ist jetzt echt, wir bekommen gerade alles positiv zurückgezahlt, aber du merkst halt auch, dass die Entwicklung der Eintracht halt auch so ist, dass alles möglich ist und die Euroleague ist möglich. Der Gewinn irgendwo scheint möglich, ja. Und auch ein Champions-League-Einzug. Ich bin auch jemand, der Basti sagt immer Präventiv-Pessimismus. Das ist ein super Ausdruck, der genau eigentlich meine stetige Gefühlslage widerspiegelt. Die zeigt, lieber ein bisschen tief stapeln, lieber, also ich bin ja auch der Typ, da dann beim 2-2 zufrieden ist, Hoffenheim, dann sage ich, naja gut, okay, von mir aus, aber nein, Quatsch, die anderen wollen mehr und da geht sogar noch mehr. Und wenn die mich andauernd eines Besseren belehren und wir selbst so ein wackeliges Ding wie gegen Nürnberg heimschaukeln, was wahrscheinlich objektiv gar nicht so wackelig war, wie ich das im Stadion erlebt habe, aber naja, irgendwann muss dann halt auch mal sagen und die Spieler wollen es halt einfach. Und ich glaube, das ist der wichtige Punkt, dass wir jetzt viel erzählen können auf der einen Seite, wir können natürlich den Champions League herfabulieren, aber auf dem Platz müssen die es halt produzieren und aktuell scheinen sie, trotz der Tatsache, dass sie alle fertig sind, einfach die Lust da darin zu haben und das finde ich geil. Ja. Du hattest gerade eben das Thema Strapazen angesprochen, damit kommen wir jetzt dann unweigerlich zu diesem Inter-Spiel, wo, ich weiß nicht, gab es eine genaue Zahl, also irgendwas zwischen 15.000 und 18.000 da in Mailand unterwegs war, also auf jeden Fall eine gigantisch große Anzahl von Auswärtsfans. Ihr selbst wart ja auch vor Ort und seid mehrere Stunden mit dem Bus gefahren, auch wenn ihr, glaube ich, zumindest die erste Pause relativ früh schon eingelegt habt. Ein bisschen. Ein bisschen früh. Wie war es denn so da unten? Erzählt mal. Passt dir. Ja, es war ganz geil. Also wir sind ja, ich glaube, viele haben es ja gesehen, wir werden es vielleicht auch später in Empfehlung haben. Der Zone hat uns ja begleitet und haben uns alle am Bahnhof getroffen, Mittwoch morgens. Der Zone kam ein bisschen zu spät, liebe Grüße. Ja, Fernsehen. Und ja, wir sind dann nach zehn Minuten schon rausgefahren, weil wir auch erst mal was zu trinken holen wollten. Die Fahrt war sehr, sehr lustig. Ich muss ganz ehrlich zusammenfassend sagen, diese Gruppe, die wir da zusammen hatten, die war auch echt geil. Also das hat am Formspiel schon richtig Bock gemacht, dieser Mittwoch. Wir sind dann in Mailand angekommen und sind ins Hotel alle, sind dann abends dann noch so ein bisschen, sind wir rumgelaufen, haben erst einen Eiferspapp ganz kurz gesehen, wo man ein bisschen Liverpool gucken konnte, was dann am Ende aber zu voll war. Dann sind wir dann Pizza essen gegangen natürlich oder Nudeln, wie man das als in Italien so macht. Und ja, dann Teile sind noch ein bisschen feiern gegangen. Ich war dann noch ein bisschen länger unterwegs, als der eine oder andere. Auch das ist videografisch festgehalten, zumindestens die Frage nach dem letzten Getränk. Genau. Und ja, und dann waren wir ja in der Innenstadt dort und Marvin und ich haben ja dann Fußball 2000 so ein bisschen was gemacht für die ersten Show. Nee, Quatsch, gar nicht für die ersten Show. Wir haben ja diesmal wirklich nur für Fußball 2000 gemacht, sorry. Ja, voll geil eigentlich, dass wir diesmal wirklich auch mal unseren eigenen Kanal ein bisschen, das war eine geile Sache halt auch, weil wir einen Livestream gemacht haben, wo wir es einfach mal probiert haben. Das war das erste Mal, dass wir mit YouTube Fußball 2000 Livestream gemacht haben, hat ganz gut funktioniert. Ich habe heute mitbekommen, dass irgendwie live irgendwie 1500 Leute zugeschaut haben, was eine ganz geile Zahl ist. Am Ende hat sich das dann auch multipliziert. Also war ganz cool, aber es war einfach eine super Stimmung. Ich glaube, unter den Fans war sehr positiv. Also ich muss sagen, Basti, wir haben mit vielen Leuten gesprochen in den ganzen Tagen und ich glaube, es war einfach eine positive Grundstimmung, was aber auch damit zusammenhängt, dass die Italiener auch sehr freundlich waren. Ja, das muss man, das kann man gar nicht genug betonen, dass die Polizei sehr, sehr, sehr zurückhaltend und freundlich dort war. Auch die Orten am Stadion, auch die Kontrollen. Also das war in der Stadt schon, die Stimmung war gut, der Fernmarsch lief unproblematisch ab. Da war jetzt keinerlei, dass du sagst, oh, wie nervig. Wir sind dann irgendwann, ja, wir haben den Fernmarsch so ein bisschen verpasst, in Anführungszeichen, sind dann ein bisschen mit der U-Bahn gefahren, Biletto Urbano, liebe Grüße an die Gruppe. Und kamen dann am Stadion an, war alles gechillt, da war dann noch so ein Spielplatz vor dem Stadion, da haben sich ein paar sogar noch auf den Boden gelegt, weil die wahrscheinlich auch erst donnerstags morgens irgendwie losgefahren sind. Aber du hast schon gemerkt, boah, das ist schon eine Masse. Also ich weiß es nicht, es gab Erzählungen, dass in der Stadt selber schon 20.000 Frankfurter gewesen sind, wovon dann am Ende 17.000 ungefähr im Stadion waren. Also so würde ich es ungefähr einschätzen. Das war schon, das war schon echt beeindruckend und Marvin hat es glaube ich auch heute schon erzählt bei Fußball 2000 mit dem, dass Leute die Karten nicht für den Gästeblock hatten, aber woraus kam, dass sie trotzdem Eintracht-Fans sind? Die wurden nicht ins Stadion verwiesen, sondern denen wurde irgendwie ein Service angeboten, oder? Ja, das war grandios. Das ist echt eine super, super Sache. Genau, wir haben es für Fußball 2000 schon gesagt. Ich finde es einfach schön, dass die Tatsache, dass es ja einfach mehr als diese 13.500 Eintracht-Fans logischerweise gab und da haben viele sich Tickets irgendwo her schnabuliert, sei es aus, haben sie gesagt, sie kommen aus Luxemburg, was weiß ich, irgendwie aus Dänemark, Belgien und so weiter und so fort und da wurde gar nicht so wirklich drauf Wert gelegt. Natürlich hättest du sagen können, okay, ihr müsst jetzt am besten irgendwie Englisch sprechen, ja, oder eine andere Sprache, Maltesisch oder sowas, keine Ahnung und du wirst dann dadurch geschleust und dann wärst Eingang 14 oder 13 oder sowas gewesen, aber es gab davor, ich weiß gar nicht, ob es alle mitbekommen haben, aber es gab davor dann irgendwie Ordner, die gesagt haben, egal welche Karten ihr habt, wenn ihr Eintracht-Supporter seid, geht ruhig durch den Eingang 9, 10 und so weiter und so fort und dann habt ihr die Möglichkeit, da nochmal reinzugehen und auch eher mit den Fans zu feiern und das haben einige genutzt und das muss ich sagen, das ist auch eine Art, Kulanz zu zeigen und auch die Verständigung zu suchen, so nach dem Motto, ja, wir wussten, wir konnten nur 13.500 normale Tickets locker machen, aber für all die, die trotzdem da waren, die wollen wir auch nicht von dem Spektakel außen vor lassen, finde ich eine coole Sache. Ja, und ich meine, es macht ja auch durchaus Sinn, wir haben das ja in anderer Situation auch schon besprochen, auch aus so einer Sicht von irgendwie Deeskalation oder irgendwas, dann willst du die Leute doch auch bitte im Stadion und zusammen haben und nicht irgendwie so ein Gemisch, weil dann weißt du ja am Ende auch wieder nicht, was dann da irgendwie passiert. Sehr guter Punkt. Nicht, dass das bei dem Spiel irgendwie sich angedeutet hätte im Vorfeld, dass es da irgendwas geben könnte, aber allein von so einer reinen Strategie willst du die Leute ja da haben, wo du es auch im Zweifelsfall irgendwie kontrollieren kannst und dann willst du ja gar nicht erst dieses Gemisch haben, also von daher, warum der nicht, also wenn du den Leuten auch freundlich gegenüber bist und diesen Service und diese Hilfe da anbietest, dann erzeugst du doch auch gar nicht erst irgendwie diesen Frust, also das macht doch auch absolut Sinn. Auf jeden Fall. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Aber das ist trotzdem, René, trotzdem ja scheinbar nicht selbstverständlich und das ist, deswegen finde ich, dass man das positiv erwähnt. Ja, das ist definitiv. Weil man zeigen kann, dass es möglich ist, ohne große Zwischenfälle, 20.000 Leute in einer fremden Stadt zu beherbergen, ohne, dass die Situation sich so anfühlen muss, als wären das 20.000 Terroristen und ohne, dass irgendein Politiker danach von Bestien reden muss oder sonst irgendwas. Also das fand ich schon, das fand ich sehr, sehr wichtig, weil das auch zu unserer Entspannung beigetragen hat. Wir hatten ja die größten Befürchtungen, also wir wussten ja, ich habe, ganz kurz habe ich gedacht, als ich die Schlange gesehen habe, habe ich gesagt, Marvin, ey, wir kommen hier nie rein. Also die war ziemlich weit hinten, da haben wir natürlich nicht gesehen, dass zwischen dem Eingang und dieser Menschenmasse nochmal ein Riesenplatz war. Das habe ich nicht gesehen, das sah so aus, als wenn das bis zum Stadion gehen würde, aber da war noch ein Riesenplatz dazwischen. Also von daher war echt alles entspannt, selbst dieses Alkoholverbot wurde jetzt irgendwie nicht komplett streng durchgesetzt. Also vor dem Stadion hat eigentlich jeder noch ein Bier in der Hand gehabt und das haben die Polizisten auch gesehen und haben jetzt trotzdem nicht irgendwie da einen auf krass gemacht und irgendwie den Leuten das aus der Hand geschlagen oder sonst irgendwas. Ja, aber das passt ja dann auch so zu dem Gesamtbild, wie eben dann wahrscheinlich die Verantwortlichen und auch alle Beteiligten da in Mailand das dann halt einfach handhaben. Das finde ich extrem gut. Ja, also das kann ich nicht oft genug loben, gerade wenn du halt einen Kontrast mitbekommen hast, was in Rom war. Das war eine tolle Auswärtsfahrt. Ich glaube, wir haben eine super Zeit gehabt mit guten Leuten, mit guter Stimmung. Also das ist schön und das war für mich eine der Highlight-Auswärtsfahrten dieser Europa-League-Saison auf jeden Fall. Ja, eigentlich schon fast meines Lebens, wenn ich ehrlich bin. Also es war von vorne bis hinten hat eigentlich alles gepasst. Also klar, es gab kleine Ausfälle, wenn einer sein Handy verloren hat. Ja, aber das passiert ja nicht so oft. Passiert in der Familie, ne? Die ja eben, wer wüsste das besser als ich, die Stimmung in der Gruppe war auch überragend. Es war sehr, sehr lustig. Die Tason-Leute, die waren echt lustig drauf. Die Leute, die wir so getroffen haben, die uns auf den Eintra-Podcast ansprechen oder auf 93 oder auf Fußball 2000 oder was weiß ich, Ringfuchs. Marvin hat ja auch Ringfuchssachen an. Das sind auch alles nette. Also es ist alles, da gibt es nichts, das ist alles harmonisch, das ist ein Zusammenhalt und das ist so, das ist schon was Schönes auch, wo du dann wirklich das Gefühl hast, dass du kommst, du fällst auch so ein kleines Loch, wenn du nach Hause gehst. Ich muss sagen, ich habe am ersten Tag, Gott sei Dank hat die Eintraut am Sonntag gespielt, weil ich habe die Bande dann schon wieder vermisst. Also es ist wie in so einer Klassenfahrt, wo du wieder zu Hause bist und denkst, ach schade, du hast so viele lustige Anekdoten, die, so viele Insider-Witze und sonst irgendwas. Ich meine, man muss sich überlegen, wir haben irgendwie bei der Zone in irgendeiner Reportage haben wir einfach eine Einzelfahrt aus dem Mailand einfach besungen und sonst irgendwelche Leute feiern das irgendwie und sprechen Teile der Gruppe am Jokyokyus darauf an und fragen, ob der die Fahrkarte noch dabei hat. Also es ist einfach alles sehr, sehr lustig. Das erwärmt mein Herz sehr, sehr krass. Natürlich hat sich das natürlich nochmal gesteigert, dieser Zusammenhalt in unserer Gruppe, als Jovic dieses 1-0 macht. Da muss ich sagen, ich habe keinen gesehen, der um mich rumstand, der nicht in Tränen ausgebrochen ist. Also es war mal ein anderer Torjubel. Also kommen wir mal dann weg von der Reise hin zum Spielerischen. Wir hatten eine gewisse Veränderung in der Startelf. Hasebe spielte in der Innenverteidigung, dafür Willems im Mittelfeld, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da habe ich am Anfang so ein bisschen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, warum um Gottes Willen denn ausgerechnet das? Wir haben von Anfang an gesagt, wir brauchen als Eintracht dieses frühe Tor. Dann hatten wir diese Situation, wo Haller, das Ding aus kürzester Distanz, wir hatten vorhin drüber gesprochen, Basti, als wir die Torschützenqualitäten von Hinteregger gelobt haben, der aus kürzester Distanz das Ding mit viel Energie da gegen die Querlatte zimmert, wo wir uns schon alle wahrscheinlich gedacht haben, um Gottes Willen, das hätte es doch jetzt einfach sein können und dann haben wir diesen Lauf, wo sich dieser Jovic da durchsetzt und dieses Ding mit einer mit einer Gelassenheit, so richtig rotzfrech. Rewitsch-Style gegen Hummels. Ja, da erst diesen Ball abläuft, wo man auch dazu sagen muss, dieser Rückpass, der war halt auch einfach so selten dämlich, aber dann auch dieses Ding da einfach eiskalt über Handanovic da drüber lupft. Gut, er hat noch ein bisschen Glück, dass das Ding gegen den Innenpfosten und dann reingeht, aber allein diesen Blick für diesen Spielzug zu haben und quasi, wie du schon gesagt hast, Basti, in dem Moment, wo er den Ball annimmt, weiß er eigentlich schon, was er als nächstes machen will und was dann damit passiert. das ist halt einfach ganz, ganz großes Kino. Ja, dieser Raw, der durch Stadion ging, der war nicht normal. Also, der war nicht normal. Wie laut das war. Du lieber Himmel. Sie eintracht wirklich dieses Wichtige und Marvin hat das sogar vorm Spiel auch gesagt. Er sagt, ey, wir müssen nur das erste Tor machen, wir müssen nur das erste Tor machen, weil dann so ein bisschen vielleicht auch hinter der Stecker gezogen, weil die wissen, wir müssen jetzt zwei machen, wir haben dann eigentlich das Milan-Derby haben wir vor der Brust, bla, bla, bla. so war es ja dann am Ende auch. Dieses Tor war wirklich, weil jeder auch wusste, wie unfassbar wichtig das ist. Das ist nicht nur, dass du so ein Tor bejubelst und denkst, ah, das ist jetzt erstmal das erste, sondern du hast in diesem Jubel schon gemerkt, boah, diese Hoffnung, die wir alle hatten, bewahrheitet sich hier gerade und wir, wenn ich ganz ehrlich bin, hat es bei mir mit den feuchten Augen auch schon vorm Spiel angefangen, als ich einfach nur um die Ecke gelaufen bin und plötzlich kommt, dieser Koloss steht vor dir. Du siehst dieses Stadion, du siehst Eintracht-Fans, du weißt, du hast hier ein Pflichtspiel, ein Wichtiges, deiner Mannschaft, nicht irgendwie Stadionbesichtigung oder sonst irgendwas und dann kommen Leute zu dir und sagen, ey Digga, wir stehen hier in fucking San Siro, was ist denn los? Dann kriegst du schon, bist du ja schon in diesem Modus drin, dass du eh nah am Wasser gebaut bist und dann macht die Eintracht das Tor, du siehst diese merkwürdige Fankurve, weil das ja eher ein Auswärtsring war, denn irgendwie ein Block, das war schon magisch, davon werde ich lange, lange, lange zerren, muss ich sagen. Also davon, das wird sich lange in mein Gedächtnis einbrennen, weil, wie gesagt, das ein Moment war, den werden wir wahrscheinlich auch nicht so schnell wieder erleben. Keine Ahnung, natürlich, klar, wenn wir nichts erzählen, bis ich spiel, wer weiß, was passiert, ich weiß es nicht, aber ich will es halt einfach, ich habe es so sehr aufgesogen, diesen Moment, weil der wirklich echt magisch war, dass man wirklich auch wirklich sehr, sehr, sehr nah am Wasser gebaut war. Ja, aber das, aber das, was du halt sagst, allein dieser Moment, dass du am Stadion bist, dass du dir dieses krasse, merkwürdige Konstrukt anschaust und dann da reingehst, das ist, also echt, einer der größten Stadien, in denen ich jemals war, wahrscheinlich das größte und das ist halt, das ist ein Stadion, da habe ich irgendwie schon früher, als ich irgendwie FIFA, was weiß ich, 2000 gespielt habe, irgendwie auf dem PC oder so, total schlecht, da gab es es an Zero auch schon, da habe ich da drauf gedacht und habe gedacht, okay, selbst diese Animation sah damals schon imposant aus, wenn das irgendwann mal wirklich, wenn ich irgendwann mal wirklich vor Ort bin, was ist das für ein grandioser Moment und genau das war es, es ist halt ein bisschen ein kleines erhabenes Gefühl zu sehen, okay, dass dein Verein da jetzt wirklich ein Pflichtspiel bestreitet, denn diese Unmengen an Fans, die dann da reinsteigen, in diesem Kreisel, der dann da so, wo du dann so hoch gehst und gehst dann, ja, ich war ja bis dritte oberste Reihe im Grunde, also weiter, viel weiter ging nicht und du merkst dann die Vibration innerhalb dieses Stadions, wenn Leute hüpfen, das hat eine ganz eigene Faszination einfach gehabt, also das war, das kann man kaum beschreiben, es ist wunderbar, dass wir es erlebt haben und dass die Eintracht uns dann halt auch so ein Geschenk macht, in dem sie halt ehrlich gesagt extrem dominant Fußball gespielt hat, wir haben, wir können natürlich jetzt über die Einzelleitung noch sprechen, viele Chancen kreiert, viele Chancen vergeben, aber Inter eigentlich nicht wirklich viele Chancen gelassen. Nee, also Inter wirkte schon, wie ihr schon sagt, nach diesem 1-0, wenn die dann ab dem Zeitpunkt, wo sie wussten, sie müssen jetzt irgendwie zwei nachlegen, ich glaube, so ein bisschen haben sie es immer noch probiert, aber so die letztendliche Konsequenz war auf Inter-Seite gefühlt nicht mehr da, zumindest war das, ich kann es jetzt nur aus den Bildern am Fernseher beurteilen, war sie an der Stelle nicht mehr da, wir haben das Ding dann aber auch sehr konsequent, sehr sicher darunter gespielt, aber halt auch wieder mit einer enormen Laufleistung über die 90 Minuten und wir hatten ja auch da wieder die ein oder andere Chance, ich erinnere mich da an Schüsse von Kostic, von Da Costa, dieser Kopfball von Jovic irgendwann in der, auch Paciencia nochmal, Paciencia auch, also da wären locker noch irgendwie zwei Tore mehr drin gewesen, aber ich glaube, das war dann auch wieder so ein bisschen der Druck, den du dann als Spieler wahrscheinlich einfach in diesem Konstrukt dann da einfach wahrnimmst, der sich wahrscheinlich so ein bisschen dann auch dran hindert, da einfach gelassener zu sein. Ja, das ist halt so mit einer der wenigen Schwächen, die die Eintracht aktuell einfach noch hat, dass sie die Chancen nicht bis zur letzter Konsequenz nutzen, muss aber auch sagen, ich glaube, die waren auch da schon relativ fertig und diese Leistung nochmal abzurufen, denn überhaupt keine Möglichkeiten zu lassen, wir reden so viel über Hinteregger, vollkommen zu Recht, aber mit einem unfassbaren Zweikampfwert, aber auch ein Hasebe, der für unglaublich viel Sicherheit sorgt, Kostic, der gefühlt irgendwie, keine Ahnung, schon zehnmal die Welt umrundet hat, ja, da Kostar ebenso, ja, das ist, und selbst, ja, ich habe ihn kritisiert und ich habe ihn, glaube ich, auch zu Recht kritisiert, aber trotzdem hat sich Willems auch ins Spielsystem einigermaßen angepackt und keine schlechte Partie gemacht. Nicht zu vergessen, Ode, der gefühlt irgendwie ab der 70. Minute ein einzelner laufender Ganzkörperkrampf war, also was, wie der zum Teil da gelaufen ist, da hast du so richtig gesehen, dass der einfach Schmerzen hat, aber er rennt halt trotzdem einfach weiter. Hatten auch alle Bock, also die hatten auch, du hast es, du hast halt gemerkt, dass sich dieser monumentale Moment wirklich auch auf den Platz überträgt, der auf den Rängen irgendwie, das war so, das war so ein Wechselspiel einfach, du hast gemerkt, die Mannschaft weiß auch und ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass Hütter denen auch irgendwie so ein geiles Motivationsvideo gezeigt hat, so vorwiegend, ihr habt euch verdient das hier, ihr seid, jetzt holt es euch, das muss auch nochmal irgendwie richtig geil gewesen sein, schade, dass man das nicht irgendwo sehen kann, aber das war, dieses Spiel war echt sehr intensiv, also weil, man konnte ja auch nicht, ich hatte trotzdem bis zu 90 Minuten Schiss, klar, im Nachhinein kann man sagen, die Eintracht hat die wegmoderiert, aber das weiß ich ja in der 70. nicht, ich weiß ja nicht in der 70. Minute, dass das 20 Minuten jetzt so weiter geht, sondern, das kann ja passieren, dass einfach irgendeiner reingeguckt wird und dann hast du dieses 1-1, dann kommt vielleicht das Interpublikum wieder ein bisschen ran und dann muss Inter ja nur noch ein einziges Tor machen, das kann ja selbst in der 94. Minute fallen und dann ist ja dieser Traum kaputt, also man hatte ja schon, das ist, wenn ich, das Einzige, worüber ich mich in der momentanen Zeit beschweren will, ist, du hast in der momentanen Zeit ja auch viel zu verlieren dann, wenn du 1-0 dort führst, in der 80. Minute und du weißt, Alter, was ein historischer Moment hier, dann weißt du ja noch, okay, aber es gibt noch 10 Minuten da, wo das hier kaputt gehen kann. Natürlich. Den Spielern war das bewusst, die sind bis zur letzten Minute gerannt. Ich habe noch sehr genau diese Szene in der, ich glaube, das war in der 93. Minute, also wirklich schon tief, tief, tief in der Nachspielzeit drin, wo ein Jovic auf der linken Außenbahn hinten, hinter Kostic, den Ball erobert und nach Kostic, zu Kostic nach vorne spielen. Ich dachte so, ja, der ist jetzt da hinten, dem geht irgendwie die Puste aus und nicht mal 10 Sekunden später ist er im Vollsprint vorne auf Höhe des gegnerischen 16ers, Neber Kostic, um diesen Ball da wieder irgendwie entgegenzunehmen. Also, das sind halt auch so, wo du merkst, die haben es vollständig verstanden und die rennen bis zur letzten Sekunde und selbst wenn sie irgendwie danach direkt tot umfallen, aber das Ding muss jetzt einfach da irgendwie über die Bühne gehen. Die gehen brutale Meter und das ist einfach nicht zu fassen, diese Energie, diese Laufleistung, ein ums andere Mal, aber auch diese absolute Willen und das ist etwas, was diese Mannschaft auszeichnet. Ihr habt eben schon Roder angesprochen, finde ich schön, da brauche ich es nicht nochmal tun. Einer meiner absoluten Lieblingsspieler, also, was heißt Lieblingsspieler, aber meine absoluten Kampffspieler und so weiter, das gefällt mir einfach mega geil, wie der in alles geht, aber auch die ganzen Außenspiele, Kostic, da kostet er und so, also es ist geil und es ist schön, dieser Mannschaft zuzusehen, die sich nicht hundertprozentig belohnt, weil am Ende stehen ein paar ausgelassene Chancen, aber ich meine, Viertelfinale. Ja, Leute, krass. Genau, wir stehen im Viertelfinale, die Auslosung war am Freitag, 13 Uhr, der Gegner der nächsten Runde ist hiermit bekannt, wir spielen gegen Benfica, wann ist das nächste Spiel? Elfter, Vierter, glaube ich. Elfter, Vierter. Genau. Ja, also es ist echt krass und wir wissen auch schon, gegen wen wir spielen, wenn wir gegen Benfica gewonnen haben oder zumindest welche potenziellen Gegner da stehen, also ab jetzt ist quasi die Straße gesetzt, wir stehen am Anfang und müssen uns halt jetzt nur entscheiden, wie weit wir da jetzt drüber laufen wollen. Ja, aber trotzdem müssen wir natürlich auch darüber sprechen, dass zwar die Möglichkeit da ist, nach Lissabon zu fahren, aber für Eintracht-Fans der legale Weg wahrscheinlich ausgeschlossen sein wird. Genau, damit sprichst du jetzt die Szenen an, die am Ende des Spiels sehr prominent waren, also wie ich das verstanden habe, ist zwischendrin schon so ein bisschen immer mal wieder Pyro gezündet worden, ist aber in der Hand geblieben, so wie sich das eigentlich auch gehört. Wie gesagt, ich kann es jetzt nur beurteilen, anhand dessen, was ich im Fernsehen wahrgenommen habe und da waren die Fernsehkameras sehr konsequent und haben in dem Moment immer da nicht hingeblendet, von daher weiß ich nicht, wie früh das tatsächlich jetzt angefangen hat, aber ja, Richtung Ende des Spiels ist die Pyro, die gezündet worden ist, aus der Hand raus und ist sowohl nach unten auf den Unterrang als auch dann auf das Spielfeld geflogen. Wir haben da noch mal einen kurzen Bericht von Arne bekommen, der uns noch mal so ein bisschen seine Eindrücke geschildert hat, und der tatsächlich einer der nicht vorher legal erworbenen Karteninhabern war und in diesem Unterrang da unten saß und uns die Szene beschreibt, wie quasi eine von diesen Pyro-Fackeln nach unten gefallen ist und dann auf der Schulter eines Mailand-Fans zum Liegen kam und damit die Jacke da verbrannt war und er sagte irgendwie einen halben Meter weiter nach vorne und er hätte das Ding auf den Kopf gekriegt. Das sind natürlich so Szenen, die willst du wahrscheinlich auch gar nicht irgendwie erleben. Ja, es hat auch ein bisschen dafür gesagt, dass dieser historische Moment, den wir probiert haben zu beschreiben, so einen kleinen Dämpfer hatte. Also die Stimmung war dem Ereignis nicht mehr angemessen. Ja. Das war dann einfach so ein bisschen, natürlich haben die Fans sich immer wieder probiert, so ein bisschen, auch so trotzig diesen Moment nicht nehmen zu lassen, durch diese Aktion, aber so ein bisschen hast du gemerkt, das ist trotzdem, ich glaube, wenn das nicht passiert wäre, wäre das nochmal dreimal spektakulärer gewesen, auch so nach dem Spiel. Es ist ein bisschen wieder angezündet worden, als Hütter nochmal rauskam, da war so ein bisschen wieder diese Lautstärke drin, aber ansonsten muss man sagen, dass das dadurch diesen Moment, das hat echt einen Fleck auf diesen Moment gelegt, der auch nach dem Spiel noch da war. klar, wir wandern weiter, aber man muss es ehrlich sagen, das hat das ein bisschen versaut. Ja klar, du weißt halt sehr genau, was das jetzt bedeutet, als Verein, der ja sowieso schon so ein bisschen unter Beobachtung steht, der auch ganz klar auf Bewährung ist, da wird es wenig Chancen auf Möglichkeiten geben. Die Eintracht hat zwar gesagt, dass sie da in den Widerspruch gehen wird und da das versuchen wird, aber ich glaube, auch da sind sich alle Beteiligten sicher, dass man das zwar tut, aber die Aussicht auf Erfolg da jetzt nicht so die größte sein wird. Nein, es gibt jetzt, also ja, es ist unrealistisch, dass sich da was tut, was aber trotzdem wichtig war, dass jetzt die Ultras Frankfurt sich da positioniert haben, haben jetzt am Sonntag, jetzt nach dem Nürnbergspiel oder vor dem Nürnbergspiel schon klar gesagt, dass sie die volle Verantwortung auf sich nehmen, auch wenn man eigentlich aus den Kreisen hört, dass das wahrscheinlich gar nicht aus deren engsten Kreisen kam, aber sie nehmen die Verantwortung auf sich, weil sie halt das nicht verhindern konnten, ja, und das finde ich ist ein gutes, klares Statement und sie haben auch gesagt, dass es interne Konsequenzen haben wird. Wie fern die Ausläufer sehr ein werden, das kann ich nicht genau sagen, das ist halt, das wissen wir halt nicht, wir wissen nicht genau, was da ist. Das wissen die glaube ich aber selber nicht, ich finde diese Stimmen, die jetzt kommen, das geht nicht weit genug, ja Leute, die sind auch erst genau wie Marvin und ich, wahrscheinlich irgendwie Samstag oder Sonntag nach Hause gekommen, dann ist erst mal direkt das Spiel, also das wird jetzt im Laufe der Tage, werden da schon noch auch mit der Eintracht Gespräche stattfinden und die Leute wissen, dass das Kacke war, aber ich würde da wirklich darum bitten, dass da ein bisschen Geduld noch herrschen muss, weil die, wie gesagt, wann soll das gewesen sein, wann soll dieses Treffen und diese Entscheidung stattgefunden haben in so einer Gruppe, wenn man selber noch gar nicht zu Hause ist. Es wird ja weiter dialogisch stattfinden und das ist halt das Wichtige. Eben, das dauert halt, ja. Genau und dass der Kontakt zwischen der Eintracht und den Fans und auch den Ultras einfach nicht abbricht, weil das ist das Allerwichtigste. Wenn du plötzlich nicht mehr diesen Kontakt hast, wenn du plötzlich nicht mehr diesen Dialog hast, dann geht vieles wirklich in die Binsen. Man muss ja auch sagen, und das will ich jetzt gar nicht verharmlosen sagen, weil das ist einfach richtig scheiße, wie es gelaufen ist, wir waren alle am Donnerstag, waren wir alle ein bisschen deprimiert. Das hat die Emotionalität ein Stück weit weggenommen. Wir hätten viel befreiter, viel krasser gefeiert, wäre das nicht passiert. Man muss aber halt auch in Relation setzen, was in Rom damals passiert war, weil es noch mal eine andere Dimension gewesen ist, viel krasser als das jetzt, was in Mailand war. Das muss man halt auch so sagen. Also es gab jetzt keine Eskalation, auch überhaupt keine Gewalteskalation. Was richtig problematisch und richtig beschissen war, waren diese zwei oder drei Raketen, die dann geflogen sind, die zum einen irgendwie einen Fan getroffen haben, und da kann man ja froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist, und dann die eine, die dann halt auch Richtung Spielfeld ist. Da muss man halt sagen, alles, was die Hand verlässt, ist halt ein Haufen Scheiße, Leute. Und das geht halt einfach nicht. Und gerade, wenn du auf Bewährung bist, aber jeder von den Leuten, die eigentlich was zu sagen hatten, wussten auch, dass da halt eigentlich nichts passieren sollte. Denn jeder, ich glaube, die waren alle, da gab es auch bestimmt irgendwie Absprachen, wo sie gesagt haben, hier Leute, auf jeden Fall nichts machen, denn wir sind alle auf Bewährung, wir wollen noch weiter Europa erleben. Und dass aber trotzdem so ein paar echt Unverbesserliche das trotzdem gemacht haben, ist halt scheiße, und ich hoffe, es gibt halt Konsequenzen. Aber gleichzeitig will ich auch sagen, wichtig ist, dass die Eintracht weiter den Dialog sucht, also die Eintracht als Verein mit den Fans, denn ich glaube, so kann es immer noch am besten funktionieren, oder? Ja, definitiv. Also da jetzt irgendwie, ähm, total irgendwie einen auf Stur schalten, damit würdest du halt auch alles, was du in den letzten Jahren da dialogisch aufgebaut hast, halt total niederreißen. Das würde die Fanszene auch ein bisschen kaputt machen. Ja, ja, also, wenn es möglich ist, dass drei, vier Leute ganze Fanszene spalten, dann, das soll einfach nicht so sein, finde ich. Ich finde, das darf nicht passieren. Wenn wir uns nochmal zurückerinnern an diese, vor dem Donnersk-Heimspiel, diese Geschichte mit der Polizei, wo wir es so extrem gelobt haben, dass Verein Fans, Ultras sich da eben nicht entzweien lassen, dann darfst du es jetzt einfach nicht geschehen lassen, dass so eine Handvoll wirklich Idioten, man kann es halt nicht anders da sagen, es schaffen da halt so ein komplettes Thema zu entzweien und ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der sich die Hände reiben würde, wenn dieser Bruch zwischen Ultras, anderen Fans und Vereinen da irgendwie passiert, da gibt es ein paar, die sich da extrem irgendwie drüber freuen würden und das darf halt einfach nicht passieren. Natürlich wird der Dialog jetzt schon ein Stück weit strikter geführt werden zwischen den Parteien, ich glaube, das ist unvermeidlich, aber dass es diesen Dialog weiterhin geben muss und dass man gemeinsam zu einer Lösung kommen muss, das ist meiner Wahrnehmung nach allen klar und das ist extrem wichtig. Und ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, dass das auch ein krasser Akt war, dass die Ultras diese Verantwortung übernommen haben und dadurch klar gesagt haben, hier, wir stellen uns der Verantwortung, wir sind bestrebt, das auch intern zu lösen. Ich finde, das ist keine Selbstverständlichkeit und man kann nicht so tun, als wäre das jetzt irgendwie zu wenig, blablabla, kommt mal klar, viele Leute wissen gar nicht, das hat nicht mal eine offizielle Organisation wie die Polizei geschafft. Ja, genau. Das ist genau der Punkt, das ist ein sehr guter Punkt, denn es ist genau das, guckt ihr an, was in der Polizei gelaufen ist nach den Diskussionen, nach den Handgreiflichkeiten im Stadion, ja, und die haben es nicht geschafft, sich irgendwie mal zu entschuldigen, die Ultras haben es geschafft, klar zu sagen, wir übernehmen dafür die volle Verantwortung und wir schauen, dass wir die Kuh wieder vom Eis bekommen und das, finde ich, ist ein deutliches Statement zu zeigen, die sind handlungsfähig, handlungsbereit und sie arbeiten daran, dass es halt nicht noch mal passiert und wie das genau wird, müssen wir sehen. Ich glaube aber, und es kann da kleine, bis kleine positive Zeichen sein, ich weiß nicht, ob es dir bei UFA wirklich egal ist oder nicht egal ist, aber dass die Ultras so was gemacht haben, ist, glaube ich, schon der richtige Weg. Also zum einen, dass sie sagen, dass sie die Verantwortung übernehmen, aber auch zum anderen, dass sie ganz klar gesagt haben, hey, wir haben es verstanden und wir ziehen daraus Konsequenzen, wenn wir jetzt wieder bei dem Vergleich mit der Polizei bleiben. Die haben vor drei Wochen gesagt, ja, wir werden den Fall analysieren. Da habe ich bis heute nichts von Konsequenzen gelesen. Eben, das ist ja. Ja, also. Ja, und das ist auch, glaube ich, trotzdem ein bisschen schwieriger, so innerhalb dieser Fanszene, die wirklich auch verschieden ist, sowas zu klären, weil ich weiß, sagen wir mal, du bist jetzt bei den Ultras. Du stehst dann da in diesem Block von was weiß ich, 100, 200, 300 Leuten und dann, da sieht ja auch nicht jeder alles. Dann ist, also das ist ja auch so eine dynamische Situation. Ich frage mich auch, wenn man sagt, ja, ihr habt es nicht verhindert, wie denn? Soll ich mir einmal Wasser mit ins Stadion nehmen? Also das ist ja, du kannst es ja höchstens von den drei, vier, die drumherum stehen, verlangen und wer weiß, ob die das dann irgendwie sich trauen, b, das überhaupt wollen oder sonst irgendwas. Ich würde gerade sagen, also das ist ja dann auch, ob du es überhaupt mitkriegst, dann ist ja natürlich auch die Situation, dann weißt du auch nicht, was ist das für jemand, wer steht da drumherum? Also da sind halt einfach so viele Variablen da drin, dass du halt einfach, du kannst, das ist nicht nur schwarz-weiß, du kannst nicht links oder rechts sagen an der Stelle, es funktioniert nicht. Weil die, die am lautesten jetzt schreien, das müssen wir noch verhindern, das sind die Letzten, die es verhindert hätten. Das sind wahrscheinlich auch die, die irgendwie gefühlt noch nie in ihrem Leben in einem Stadion waren und überhaupt nicht wissen, wie das Atmos zu ihren Starten war. Das ist ja, das ist auch für die Ultras selber nicht leicht, wenn die dann plötzlich merken, das ist Teil ihrer Gruppe oder die wissen dann, vielleicht gehören die dann gar nicht, ich weiß gar nicht genau, da will ich auch gar nicht spekulieren. Wie sollen die das dann verhindern? Was sollen die denn machen? Also das Ding ist, die können ja dann, es gab ja auch Ansagen scheinbar während dem Spiel schon sagen, ey Leute hört auf oder was weiß ich was, es gab sogar Handgreiflichkeiten am Ende sogar. Aber dann ist es halt passiert, das ist ja auch ein, dieses Ding zünde ich an, dann schießt es irgendwo hin, das ist ein Akt von 10 Sekunden. Das ist ja nichts, wo du sagen kannst, das kann ich, das hätte ich jetzt hier merken müssen, das ist ein Prozess, der eine halbe Stunde dauert, sondern das ist halt so. Das ist dann natürlich sehr prominent, aber wie Marvin es gesagt hat, Gott sei Dank ist nicht mehr passiert, muss man auch festhalten, zu sagen, ey Gott sei Dank ist das in diesen Grenzen geblieben und man muss sagen, der Kicker hat das finde ich sehr, sehr gut beschrieben und der Kicker tut sich hier auch echt positiv hervor, auch in den Bewertungen von was in Rom passiert ist und auch jetzt wieder. Man hat gemerkt, wenn man sich mit der Materie auskennt, dass das auf gar keinen Fall organisiertes Abbrennen im Choreo-Style von Pyrotechnik war. Dafür war es viel zu wenig. Also das war ja auch, das sah ja auch nicht schön aus. Ja, das war ja auch nur Ich bin der Letzte, der gegen Pyro ist. Aber wenn es wirklich so ist, dass es organisiert ist, dann sind das besser verteilt, dann hast du ein imposantes Bild von einer brennenden Kurve, wo hoffentlich alles in der Hand bleibt. Aber das war ja da nicht der Fall. Das war ja da nicht der Fall. Das waren situative Eskalationen, die mit Sicherheit nicht organisiert waren. Ja, sehe ich auch so. Ja, das ist klar, glaube ich festzuhalten, das hast du ja auch in den Aktionen selbst gemerkt. Und wie gesagt, ich denke, wir kommen leider um eine Strafe nicht drumherum, um das jetzt mal zu sagen. Ich glaube, es wird leider, leider so laufen, dass viele Fans nicht mit dürfen nach Lissabon. Ich hoffe aber, dass ein Prozess stattfindet, der auch klar macht, dass sowas halt wirklich in Zukunft einfach nicht mehr möglich ist, auch nicht mehr passiert. Ich denke, wir sind einfach am, der Prozess ist noch nicht zu Ende. Es gibt immer junge Leute, die nachwachsen, die neu in dieser Ultra-Welt sind, von der wir ja auch hier nur erzählen. Wir sind ja kein Kernteil dieser Ultras oder so, das will ich auch mal ganz klar sagen. Wir können das ja auch nur deskriptiv irgendwie beschreiben. Aber ich will halt einfach klar machen, und man muss halt auch differenzieren, weil der absolut, absolut krasseste Teil dieser vielen, vielen Eintracht-Fans, wahrscheinlich roundabout 17.000, die im Stadion waren, haben das absolut friedlich und haben einfach Bock auf eine Feier gehabt. Und dann gab es drei, vier, die halt gedacht, sich wahrscheinlich viel zu wenig gedacht haben oder anscheinend nur Scheiße im Kopf hatten. Und die kann man auch nicht über alle einen Kamm scheren. Das will ich auch eine Differenzierung einfach hier einkehren lassen. Aber ich glaube, da sind wir eh ganz gut dabei. Am 28.03., spätestens am 29.03. wissen wir mehr. Am 28.03. ist die nächste Ausschusssitzung der UEFA, wo wahrscheinlich neben, oder wo dieses Thema wahrscheinlich behandelt wird und gleichzeitig auch noch mal über mögliche Folgesperren und Geldstrafen für unseren Trainer verhandelt wird. Also wir nehmen da, glaube ich, einen gewissen Teil dieser Sitzung ein und danach wissen wir auf jeden Fall, wie es weitergeht. Hier geht es dann jetzt quasi nur noch mit Marvin und mir weiter. Der Basti zieht weiter, weil auch 1993 diese Woche aufgenommen werden muss. Ich gehe davon aus, dass da auch das eine oder andere noch mal diskutiert werden wird. Oder, Basti? Ich weiß gar nicht. Muss mal gucken. Habe ich noch Bock? Habe ich das da auch noch mal zu erzählen? Ja, lustig wird es auf jeden Fall. Ja, das ist ja fast schon auserzählt alles, ne? Das ist A auserzählt und B sind ja auch noch andere Sachen. Außerhalb der Eintracht passiert. Ich erinnere nur an Herrn Grindel. Ja, den haben wir hier auch gleich noch auf der Liste. Grüß die Jungs da drüben und liebe Hörer, ihr wisst, wo ihr dann einschalten müsst, nachdem ihr hier fertig seid, wenn ihr den Basti hören wollt. Macht's gut. Ciao, Männer. Ja, Benfica, müssen wir da noch irgendwie zwei Sätze zu sagen, ist, glaube ich, auch wieder eigentlich eine Mannschaft, die eher so auf Champions-League-Niveau zu Hause ist. Das wird auch nicht, auch keine Gurkentruppe, sagen wir es mal so. Es ist halt schon eine krasse Kiste, dass wir hier eigentlich konsequent, konsequent gegen Champions-League-Karten die Harten kriegen, ne? Ja, also es ist jetzt kein einziges Mal irgendwie so, dass wir sagen, okay, wir sind jetzt ganz relaxed, wir haben wirklich mal in Euro-League-Teilnehmer. Wir sind jetzt eigentlich die ganze Zeit in der Euro-League gewesen, aber spielen die ganze Zeit gegen, äh, also Ex-Champions-League-Sten. Ja, das hat mit Donetsk angefangen, ging dann weiter eben, halt Inter Mailand und jetzt halt auch Benfica, die ja, glaube ich, sogar mit Bayern in einer Gruppe waren. Yes. Ja, und das ist schon eine Hausnummer, die sind auch aktuell extrem gut drauf, haben einen Haris Seferovic, der Tore schießt, wenn er denn spielt. Ja, als ich das gesehen habe, irgendwie Topspieler bei Benfica gerade, da war ich auch so, oioioi, den kennen wir doch. Ja, aber es ist halt auch ehrlich, ne, sagen wir mal, der hat sich, der hat immer die Anlagen gehabt und wir wissen es doch, dass er immer die Anlagen hatte und die zeigt er dort und auch unter dem neuen Trainer funktioniert das halt gerade gut und ich bin sehr daran interessiert zu sehen, ob das auch gegen die Eintracht funktioniert, ich hoffe es nicht, aber wir haben halt ein geiles Duell. Wir haben den ehemaligen Benfica-Spieler Jovic, ja, der wahrscheinlich auch auf Rache sind, weil er zwischenzeitlich dort in die zweite Mannschaft verbannt wurde und glaube ich auch zeigen will, dass er halt die Granate ist, von der wir sprechen. Ja, also es wird auf jeden Fall ein sehr imposantes Spiel werden, da sind auf jeden Fall beide Mannschaften durchaus gewillt, da die nächste Runde irgendwie mitzunehmen. Ähm, das wird auf jeden Fall sehr, sehr grandios. Ich freue mich da jetzt schon megamäßig drauf. Elfter, Vierter, das Hinspiel und dann eine Woche später das Rückspiel. Joa, das wird, äh, schick werden. Ja, das wird auf jeden Fall eine geile Sache, aber ich glaube auch, die Eintracht ist hier nicht unschlagbar, äh, nicht, was heißt nicht unschlagbar, ähm, nicht chancenlos, also schlagbar ist die Eintracht leider wahrscheinlich irgendwie schon, aber ich hoffe sehr, dass, äh, Benfica nicht den Schlüssel einfach findet. Wenn die Eintracht wieder so motiviert zu Werke geht, wie sie es zuletzt gemacht haben, dann ist auf jeden Fall gegen jeden Gegner was drin. Ja, also das, äh, denke ich auch. Ich glaube, das ist dann auch noch so ein bisschen abhängig davon, aber da sind wir jetzt sehr viel im, äh, hätte, wenn und aber. Ja. Wie es dann in der Liga bis dahin läuft, das sind jetzt noch, äh, gut dreieinhalb, ja, fast vier Wochen. Ähm, ähm, da ist halt auch noch so ein bisschen die Frage, was wir in der Liga dann da irgendwie geholt haben, ob da irgendwie vielleicht eine Downer-Phase oder irgendwas drin ist, das schlägt sich da natürlich auch noch mal so ein bisschen auf die Motivation. Genau. Das wirst du nicht verhindern können, falls es der Fall ist, aber ich glaube, allein die Motivation der Spieler in dem Viertelfinale eines europäischen Wettbewerbs zu stehen, in diesem Stadion da in Benfica, und dann eine Woche später bei einem Heimspiel, was quasi am Tag der Auslosung, wo direkt nach Ende der Auslosung gesagt wurde, übrigens, das Heimspiel ist jetzt schon ausverkauft, ja, da hättest du wahrscheinlich auch irgendwie dreimal so viele Karten verkaufen können, das wird halt auch grandios werden, ja. Das wird auf alle Fälle grandios, ich glaube, wir können uns da einfach überraschen lassen, und ansonsten werden wir ja in der Zukunft da noch mal drüber reden, wenn es wirklich näher dran geht einfach, ne. Genau, da werden wir auf jeden Fall noch mal drüber reden, wenn es näher dran ist. Ähm, ähnlich werden wir das wahrscheinlich jetzt auch mit Stuttgart handhaben, wir stehen ja jetzt vor dieser Länderspielpause, die, wenn ich mir die Laufleistung der Eintracht-Spiele angucke, für die auch mehr als notwendig ist, wobei auch ein gewisser Teil, ich glaube, insgesamt zehn Stück, wenn ich das so richtig verstanden habe, ähm, sind jetzt auch quasi auf Länderspielreise unterwegs, also da ist halt auch viel, jetzt noch mal, was da abgehandelt wird, aber für den einen oder anderen kommt diese Pause, glaube ich, echt, äh, ganz gut. Wir spielen dann am Sonntag, eh, äh, übernächstes Wochenende gegen, äh, Stuttgart. Mhm. Zu Hause, 18 Uhr, können wir wieder über Anstoßzeiten oder nicht Anstoßzeiten sprechen, ich glaube, da brauchen wir jetzt noch nicht so wahnsinnig viel irgendwie reinzugucken, außer dass Stuttgart jetzt auch für mich nicht so der große, die große Erleuchtung in der Liga ist. Nein, aber Stuttgart kommt langsam, ne, also sie sind jetzt nicht die Souveränz der Mannschaft, logischerweise, die stehen noch relativ weit unten, aber sie holen langsam wieder die Punkte, die sie auch brauchen, um gegen den Abstieg einfach, äh, zu bestehen, aktuell auf dem Relegationsplatz, aber, ähm, immerhin ein Punkt geholt gegen Hoffenheim, gegen Hoffenheim musste auch erst mal gut aussehen, äh, wir haben da letztens drei Punkte sogar geholt, aber, ähm, Stuttgart ist keine Übermannschaft, das ist ganz klar, auf jeden Fall schlagbar, auch wenn sie jetzt 5-1 von der Weile gegen Hannover gewonnen haben, aber, äh, Ja gut, aber es ist halt auch Hannover, du warst selbst da und hast gesagt, also das, was Hannover da spielt, ist halt auch von Fußball weit, weiteck. Ich glaube, dass, genau, dass sich Stuttgart trotzdem langsam irgendwie fängt, ja. Fakt ist aber, dass wenn du als Eintracht wirklich ins internationale Geschäft auch in der nächsten Saison kommen willst, dass es muss ein Gegner sein, den du, eigentlich, den du absolut drei Punkte abnimmst, ja, ähm, auch zu Hause, aber außerhalb würde ich sagen, okay, wir haben mit einem zufrieden, ich weiß aber, Stuttgart ist so der typisch schwierig, nervige Gegner, den wir schon so oft hatten, der uns so oft auch die Punkte geklaut hat, aber wir haben in dieser Saison schon oftmals gelernt, dass die Eintracht nicht mehr die alte Eintracht ist und das will ich auch heute sehen, beziehungsweise nicht heute, sondern an dem Spieltag. Ja, genau, also von daher, mal gucken, was da, was da noch passiert, äh, wie das da mit Stuttgart dann aussieht in zwei Wochen, wer weiß, ob sie da noch ihren Trainer haben oder ob sie da nicht schon wieder irgendwie durchgewechselt haben. Ich glaube, ich glaube, die behalten den jetzt, ich glaube, mit Weinzer gehen sie, äh, das Ende der Saison an, aber, äh, ich merke halt, ein paar Spiele fangen sich langsam nicht mehr an, sehe das Kämpf, der Ex-Eintrachtler, gute Partien macht, Pavard, naja, ist immer noch schwierig, schwierig, aber du hast jetzt auch... Ja, der ist da auch in so einer Situation, wo er eigentlich gar nicht hin will. Es ist halt so eine Lose-Lose-Situation aktuell, ja, irgendwie, aber ich glaube, der ist halt in der nächsten Saison noch weg, dann ist auch egal, Ziele, er wird ein bisschen stabile, also, ähm, das ist keine schlechte Mannschaft, eh von den Anlagen nicht, ich glaube, keiner von uns hätte vor der Saison gedacht, dass Stuttgart hier jetzt komplett unten durchgereicht wird, aber für uns sollte das irgendwie machbar sein. Ich weiß gerade nicht, ob ich sie im Kicktipp-Spiel als Absteiger getippt habe, ich habe auf jeden Fall damals getippt, dass Stuttgart die Mannschaft ist, die als erstes den Trainer entlässt. Oh, krass, okay, wow. Dafür habe ich ja damals die Punkte bekommen, ich habe leider auch getippt, dass Stuttgart ist die Mannschaft, die zweite Mannschaft ist, die den Trainer entlässt. Da waren sie leider dann die dritte, da hat es dann irgendwie nicht funktioniert, aber zumindestens mit der ersten, da hatte ich dann schon mal, schon mal recht. Ja, immerhin, also es ist doch mal, also auf jeden Fall nicht so schlecht gemacht, ja. Manchmal, manchmal habe ich verstanden, nee, als Absteiger habe ich sie nicht drin. Ich glaube, es wird auch nicht passieren. Nee, glaube ich auch. Aber, genau, aber trotzdem, wie gesagt, interessanter Gegner, mal gucken, trotzdem bin ich halt auch so angefixt, ich will jetzt da auch. Ich will das jetzt irgendwie durchziehen, dass wir nur noch drei Punkte holen, das wäre so schön. Ja, das wird halt doch irgendwie nicht unrealistisch. Das ist jetzt irgendwie so, auf der einen Seite warst du in den letzten Jahren als Eintracht-Fan, hast du irgendwann so ab dem 24., 25., 26. Spieltag eigentlich dir gewünscht, dass die Saison einfach nur noch rum ist, weil es halt einfach so fürchterlich schlecht war, dass du gesagt hast, ich will das Elend jetzt nicht mehr sehen, lass uns bitte jetzt die Saison beenden. und jetzt willst du eigentlich aus dem anderen Grund, aber die gleiche Situation herbeiführen, dass die Saison einfach sofort rum ist, weil es halt einfach so extrem gut läuft und du diese Anspannung, da könnte jetzt irgendwie mehr oder weniger herauskommen, halt einfach exakt nicht aushältst. Ja, ja. Ich glaube, das beschreibt es so ziemlich gut. Also zumindest fühle ich mich so, ich hätte jetzt gerne, dass die Saison einfach rum ist und ich hätte gerne lange, lange, lange Sommerpause, weil das wird eine sehr, sehr anstrengende Saison. Ja, aber und dann in ein paar Wochen, wenn wir dann erstmal in der Sommerpause sind, beschweren wir uns alle, dass die Sommerpause so lang ist. Ja, und wir Club-WMs mit drölfzigtausend Mannschaften irgendwie uns angucken müssen. Oh Gott, das versteht ja auch niemand. Ja, da kommen wir aber gleich dazu. Ja, genau, kommen wir gleich dazu. Ja, ich glaube, den Ausblick auf die nächsten Gegner können wir dann damit abhandeln. Es ist einfach noch viel zu lange hin. Wir werden auch mal gucken, wie wir das mit dem Aufnehmen machen. Wir brauchen jetzt auch, glaube ich, eine kleine Pause nach dieser anstrengenden Zeit, ähnlich wie die Mannschaft an sich auch. Also von daher, ob es dann tatsächlich der Dienstag wird oder ob wir dann irgendwie auf einen anderen Tag gehen, das müssen wir dann an der Stelle einfach mal noch gucken, wie das dann aussieht. Jetzt kommen wir aber zum Dingens-Dummschwätzer der Woche und da brauchen wir einen Jingle und der liegt auf dieser Taste. Aber es ist dann auch wie im Richtchenleben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. So, und da müssen wir über Dummschwätzer reden und in dem Moment, wo ich hier die Dummschwätzer-Geschichte der letzten Woche aufmachen wollte, ist mir hier der Rechner eingefroren und ich klicke jetzt hier auf nix, weil ansonsten ist hier gleich sämtliche Verbindung weg und das will keiner. Deswegen muss ich das hier natürlich jetzt gerade eben erst mal raussuchen. Aber das haben wir gleich, das haben wir gleich, das haben wir gleich. Bewahren Sie einfach nur Ruhe. Oh, ich bin ganz relaxed. Ja, das ist, wenn hier wenigstens einer von uns beiden relaxed ist, dann ist das schon mal gut. Mich macht sowas nämlich dann immer ein bisschen nervös. Wenn das nämlich nicht so funktioniert, wie ich das gerne hätte. Natürlich bin ich jetzt hier auf diesem Gerät nicht eingeloggt. Großartig. Liebe Hörer, hören Sie mir und Hörerinnen, hören Sie mir live zu, wie ich ein Passwort eingebe. Ganz ein spannender Prozess. Sie müssen sich das vorstellen, da werden Buchstaben und Zahlen und andere Dinge in ein Feld eingefüllt und dann am Ende drückt man auf einen Knopf und wenn man viel Glück hat, dann passieren Dinge und dann können wir hier jetzt sehen, wer letzte Woche den Sieg geholt hat und zwar mit ganzen 29,6% war das nicht zu erkennen. Großartig, das funktioniert hier auf diesem iPad nicht. I am very, very unhappy. Das war der Herr, die Nominierung von S. Dittel, ich glaube, das waren hier die Jungs von Chemnitz, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ach nein, genau, das war der Herr Christoph Kunz, der dieses wunderbare Beuth-Interview gemacht hat, wir erinnern uns vielleicht noch. Ach ja, der hat gewonnen. Der hat gewonnen, genau, der ja dieses wunderbare Interview gemacht hat und in dieser einen Frage mit irgendwie rechtem Netzwerk in der Polizei und dann irgendwie den nächsten Schlussfolgerungen war, dass davon ja auch eigentlich alle Eintracht-Fans sind und dann ist natürlich die logische Schlussfolgerung, dass automatisch alle Eintracht-Fans dann auch Nazis sind. Das ist ja eine sehr logische Schlussfolgerung. Also da muss der ein oder andere glaube ich nochmal so ein bisschen drüber nachdenken, wie man so Recherchen und sowas dann am Ende dann halt auch einfach macht. Tut dezent weh, aber okay. Also als ich das gelesen habe, tat mir das mehr als dezent weh. Ja, also das war sehr, sehr schwierig. Aber wir haben natürlich auch diese Woche wieder wunderbare Nominierte geschickt bekommen und wir fangen gleich mit etwas an, was wir vorhin schon so ein bisschen thematisiert haben und zwar haben wir eine Nominierung von Ed Sounds to Move und zwar nominiert er die FR für ihre, wie er es so schön beschrieben hat, dumm, dreister Lust darauf, eine Eskalation herbeizureden, weil die auch in einem aktuellen Beitrag zu diesen Inter-Vorfällen und ich zitiere wörtlich, wenn die Vorfälle von Mailand etwas Gutes haben, dann, dass die Spaltung der Fanszene größer ist denn je. Mhm, okay. Weiß ich nicht, ob man sich... Weiß nicht, ob sie jetzt auch so nah dran sind, das dementsprechend so beurteilen zu können. Ich glaube, selbst wir maßen uns das ja in dem Maße gar nicht an und ich glaube, wir sind am sportlichen näher dran als sonst, aber ich weiß es nicht, kann sein, ja, whatever. Find's aber auch nicht wirklich hilfreich. Nee, ich definitiv auch nicht. Und dann haben wir eine Nominierung von Bohnsen Vaudi und zwar nominiert er den Herrn Grindel zum ersten Mal, der kommt gleich noch ein zweites Mal. Wow. Und zwar wird in diesem Fall der Herr Grindel nominiert für die wunderbare Kritik am Führungsstil unseres Nationaltrainers und der Kommunikation des DFB, wo ich mir auch denke, Junge, das ist dein Laden, du bist verantwortlich dafür, wie da Kommunikation stattfindet. Drüber nachgedacht? Ja. Ich glaube, zu dieser Nationalmannschaftsgeschichte brauchen wir jetzt nicht viel dazu zu sagen. Ich interessiere mich da herzlich wenig für, ob die Leute da jetzt irgendwie spielen oder nicht. Ich weiß nicht, wie das bei dir so aussieht, aber ja. Ja, die Sache ist halt, ich kann das schon nachvollziehen. Ich muss auch sagen, ich kann auch diverse Ansichten nachvollziehen, warum dir auf der einen Seite ist natürlich klar, zu sagen, hey, das ist halt auch blöd, dass du halt, ähm, ja, dass du jetzt mit den Spielern weiterspielen müsstest. Nein, das machst du natürlich nicht. Deswegen, Absägen ist so ein harter Begriff. Du nominierst sie halt nicht mehr, sie sind nicht mehr Teil deines engeren Teams, was ich vollkommen nachvollziehen kann. Ich finde es sinnvoll, von LÜV zu sagen, wir brauchen einen Neuanfang. Die Frage ist halt, wann du es machst, es war ein ungünstiger Zeitpunkt und wie, das würde ich eher im persönlichen Gespräch machen und dann mitteilen, hier Leute, ihr wart super, es war so eine wichtige Zeit mit euch, ihr wart wunderbar für das Team, aber wir brauchen jetzt einen, wir brauchen jetzt einen Wandel, wir brauchen was anderes und dann hast du jeden abgeholt. Ich finde das nicht optimal gelöst. Ja, aber zumindest den Teil mit dem Es passt halt zum Bild, oder? Ja, also ich habe, ich weiß nicht mehr, wo das war, ob das beim Rasenfunk oder woanders war, ähm, von jemandem gehört, der da ja auch sich ein bisschen länger mit dem Thema beschäftigt hat. Löw ist halt jemand, der diese Art von Gesprächen sehr lange aus dem Weg geht, der hat es jetzt bis zum maximal letzten Zeitpunkt irgendwie weggeschoben, was man ihm dann glaube ich zugute heißen muss, ist, dass er dann wirklich, auch wenn es zu einem blöden Zeitpunkt war, aber er ist nach München gefahren, er hat sich dem gestellt, man hätte ja auch einfach den Kader nominieren können und irgendwie im letzten Nebensatz sagen können und übrigens in Zukunft planen wir nicht mehr mit den Spielern, äh, Müller, Boateng, Dingens, ja, also, hätte sie ja auch machen können. Ja, genau, und aber im Vorgespräch, weißt du, für mich ist es einfach wichtig, dass die Kommunikation stimmt, dass die Jungs halt auch das vorher mitbekommen, dass hier gesagt wird, hier, ihr seid verdiente Spiele, weißt du, einfach ein bisschen mehr miteinander sprechen, ich glaube, das würde der Sache einfach schon extrem. Ja, das hilft an vielen Stellen, aber leider ist das, glaube ich, auch etwas, was unsere Menschheit gerade so ein bisschen an vielen Stellen verlernt hat, das Miteinanderreden, wir sind mehr darum bemüht, über andere zu reden, als mit den Menschen. Machen wir ja auch, sonst hätten wir ja hier letzte Woche nicht etwas, über das wir reden könnten. Ja, aber du, die können auch gerne vorbeikommen, Jogi, wenn du zuhörst, ruf ruhig an. Genau, oder der Nächste auf der Liste könnte auch gerne vorbeikommen, das ist nämlich unser Freund Karl-Heinz Rummenigge, der zwar auf der einen Seite gegen so eine Klub-WM ist, der die total doof findet und der FC Bayern hat ja auch dieses Schreiben der europäischen Top-Vereine unterschrieben, aber wenn die Vereine vielleicht auch direkt Geld bekommen könnten, dann könnte man über diese Position auch gerne nochmal nachdenken. Ja, das ist sehr offensichtlich verlogen und käuflich, also das ist echt peinlich. Ich weiß nicht, also ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ihn da antreibt. Soll er doch, warum sind die einfach nicht, warum hören die alle auf, irgendwie ehrlich zu sein? Also ganz ehrlich, sag doch einfach, ja Leute, wir wollen dann mit noch mehr Geld machen, das fanden wir von Anfang an nicht schlecht, aber erst, weißt du, das war ja auch ein Teil der Football-League-Sache, wo schon klar war, ja, die sprechen die ganze Zeit darüber und das sieht schon alles so danach aus und der FC Bayern aber dann irgendwie noch so getan hat, nee, das wollen wir doch nicht und so. Ich finde es einfach schade, seid doch ehrlich und sag, ja, wir spielen mit dem Gedanken, aber im Endeffekt ist es halt das typische Taktieren einfach nur, um noch mehr Geld rauszuholen und jetzt plötzlich geht's. Ich glaube nicht, dass es in Deutschland akzeptiert wird, wir werden irgendwann zu gegebener Zeit nochmal ausführlich über diesen Wettbewerb mit Sicherheit sprechen, spätestens wenn er irgendwann startet. Ich glaube, dieser Markt hier in Deutschland ist übersättigt. Es gibt aber wahrscheinlich Märkte wie in Asien, vielleicht in Amerika, die sich das wünschen würden, vielleicht aber auch, dass es komplett dort ausgestrahlt wird oder sogar dort läuft. Ja, dann muss ich sagen, macht, was ihr wollt, aber dann labert halt keine Scheiße. Dann haben wir wieder eine Nominierung von Bosen VD und zwar der FC Bayern Basketball in Kooperation mit dem wunderbaren Sponsor SAP für ihre wunderbar kreative Idee für die Namensvergabe der neuen Basketball Arena. Über den konnte man nämlich abstimmen und da waren so drei wunderbare Vorschläge, unter denen man abstimmen konnte. Das eine war SAP Garden, das andere war irgendwie SAP Arena und das dritte weiß ich nicht mehr, aber genau, das war halt so die Auswahl. Liebe Fans, wir wollen euch beteiligen. Sagt mal, welches Beiwort besser zu unserem Sponsor SAP passt. Dann lasst es halt auch ganz und nennt das Ding halt, wie ihr wollt. Mein Gott. Ich finde es halt mega geil, dass du dafür dann irgendwie noch die Fans irgendwie abstimmen lässt. Kannst du auch einfach alles gleich selber machen. Ja, also. Das Geld kannst du auch noch investieren. Ja, das ist so, dieses Pseudo-Vortäuschen von wir lassen euch mal hier irgendwie an den Entscheidungen teilhaben. Naja, wunderbar. An Entscheidungen mehr oder weniger beteiligt oder auch nicht beteiligt ist auch der nächste Nominierte. Der kommt nämlich von Benedikt und der nominiert, den hatten wir glaube ich letzte Woche auch schon, hier die Freunde vom Chemnitzer FC für ihre wunderbare Außendarstellung des dank jetzt geleakten WhatsApp-Chatverlaufes zu dieser Traueraktion. Also da haben sich in diesem Kommunikationsverhalten auch hat sich auch keiner mit Ruhm bekleckert. Echt nicht. Soll ich dazu sagen? Schwieriges Thema. Ja, ich weiß. Ja, es ist halt alles, es ist halt, keine Ahnung. Ich finde es gut, dass du nominiertest. Es nervt mich diese Thematik. Ja, ja, alles was in diese Richtung geht nervt gerade mehr als deutlich. Ja, ich muss auch sagen, ich habe nur so eine begrenzte Verfügbarkeit mir über diesen Scheiß aktuell irgendwie noch Gedanken beziehungsweise mir das überhaupt zu geben, weil die Frustrationsschwelle ist dann einfach extrem. Ja, vor allem, weil halt auch gerade, das merken wir auch an der nächsten Nominierung, die kommt nämlich von Rico. Da wird nämlich der wunderbare Herr von dem, ich weiß nicht mehr genau, wie der Verein heißt, Bernburg, nominiert, der dieses wunderbare Hass-Posting auf Instagram veröffentlicht hat. Gut an der Aktion finde ich, dass der Verein jetzt die Konsequenzen gezogen hat und ihn halt auch freigestellt hat, weil das war die einzig logische Konsequenz, die irgendwie da passieren konnte. Aber allein diese Menge, die an diesem Kram da gerade irgendwie permanent durch alle Nachrichten, Social Media und sonstigen Kanäle gespürt werden, ist halt echt erschreckend. Ja, es ist, es zeigt sich halt, dass diese Gesellschaften, in der wir leben, was wir ja auch immer wieder sagen, halt einfach sehr, positiv formulieren, wie es divers ist, aber halt auch altes, ewig gestriges Gedankengut, halt immer noch irgendwie seinen Platz hat. Und ich glaube, es ist halt leider an uns allen da irgendwie, ja, da irgendwie gegen anzuwirken. Das merke ich übrigens aktuell. Ich habe jetzt vorhin, das ist mal ein ganz aktuelles Beispiel, meiner Position als Social Media Mensch bei Hessen Schau habe ich einen Facebook-Beitrag gepostet. Da geht es im Endeffekt darum, dass es jetzt an hessischen Schulen, warte mal, ganz kurz, an hessischen Schulen wird jetzt ein Programm gestartet gegen Antisemitismus. So, eigentlich total unproblematisch, aber du weißt natürlich, welche Kommentare da halt kommen. Kannst du dir natürlich schon vorstellen, da gibt es auch viele normale, aber da gibt es halt auch ganz, ganz viele, die wirklich scheiße schreiben. Und dann, oh, woher kommt das? Das gab es ja früher nicht, was totaler Bullshit ist. Wir kennen alle die deutsche Geschichte. Weißt du? Also, es ist, es ist schwierig. Wir müssen an allen Ecken und Ecken kämpfen, damit die Leute einfach in Frieden auch weiterleben können. Ja. Und dann haben wir als letzte Nominierung, die uns hier geschickt worden ist, noch was zu lachen. Die ist uns von einer ganzen Reihe von Leuten geschickt worden. Und das sind so viele, dass ich jetzt hier nicht alle Namen vorlese, aber es ist auch klar, wo es jetzt nämlich hingeht. Nämlich der Herr Grinke zum zweiten Mal für diesen grandiosen medialen Auftritt und den Abbruch dieses Interviews zu dem Zeitpunkt, wo es um kritische Fragen zum Thema Katar geht. Und ich fand das extrem gut, dass der Deutschlandfunk dann hingegangen ist und das auch veröffentlicht hat, wie es da passiert ist und da nicht irgendwie sich halt irgendwie da reinredigieren zu lassen und das Ding irgendwie unter der Glocke des Schweigens zu verstecken. Einfach auch, um zu zeigen, dass wenn man mal kritische Nachfragen stellt, was ja auch oft genug irgendwie bemängelt wird, dass keiner mehr kritisch hinterfragt, das Thema dann halt auch einfach in Sekundenbruchteilen beendet wird und das auch auf einer so plumpen und unsouveränen Art und Weise, dass es schon fast nicht mehr mehr geht. Also wir können schon ganz klar festhalten, das ist peinlich und das ist extrem erbärmlich für den Präsidenten des größten Fußballvereins der Welt, glaube ich, wenn ich das, wenn wir immer noch richtig, wenn ich noch richtig ticke, ja, dann ist das erbärmlich und es zeigt, wie problematisch halt auch er anzusehen ist. Wir sagen immer wieder, ausgegründelt, das Hashtag hat auch hier immer noch Gültigkeit. Ich muss echt sagen, natürlich ist es vielleicht für ihn aktuell nervig, genau solche Fragen beantworten zu müssen, aber er muss sich halt dieser Sache stellen. Ja, dann hätte er es halt auch irgendwie souveräner irgendwie lösen können, aber dann halt wirklich einfach da dann hier diese, in einer Art eines beleidigten Kindes, was irgendwie den 50. Schokoriegel nicht bekommt, dann da abzuziehen. Also das ist halt auch, ja, da würdest du eigentlich von jemandem, wie du schon sagst, als Vertreter des größten Vereins, der eigentlich mehr als genug Medienschulungen wahrscheinlich in seinem Leben schon hatte, da mehr Fingerspitzengefühl zugestehen oder erwarten. Ja, natürlich, auf jeden Fall und das muss auch sein und er zeigt ihm wieder mal, dass er extrem unsouverän, das sind Dinge, die ihm nicht liegen, die nicht vorbereitet sind, die nicht irgendwie, die nicht, wie soll ich sagen, ihm im Vorhinein irgendwie gutieren, ja, dann merkst du, dass er damit nicht umgehen kann, er bleibt unsouverän und ehrlich gesagt nicht der richtige Mann für den Job. Ja, das haben wir aber ja schon an vielen Stellen festgestellt. Hast du noch einen weiteren Dummschwätzer, den du dieser Liste hinzufügen möchtest oder sagst du, ich, du hast so viel gehabt, da brauchst du jetzt nicht noch mehr? Ich finde, wir haben eine wunderbare Liste mit so vielen Möglichkeiten, da ist für jeden was dabei. Ja, hervorragend, das sehe ich ähnlich, ich habe jetzt auch keinen, zumal ich gerade auch versuche, so ein bisschen weniger Dinge zu lesen, weil im Zahfelsfall ist das so viel dummes Zeug, was einem dann da um die Ohren fliegt, dass man da permanent von Kopfschmerzen kriegt. Also von daher, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr wisst, was zu tun ist, ihr findet auf eintracht-podcast.de die aktuelle Liste, ihr könnt dort abstimmen und dann werden wir in der nächsten Sendung schauen, wer da das Rennen gemacht hat und unweigerlich nach so viel komischem Zeug müssen wir jetzt zu was Gutem kommen und ich hoffe, dass das mit dem Jingle jetzt hier gleich funktioniert. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Wir sind anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm geben müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Und da haben wir diese Woche eine Nominierung oder eine gute Tat der Woche, die wurde uns vorgeschlagen von chancentot.tm und zwar jemand, den wir ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche schon drin hatten und zwar der FC Ingolstadt, die sich mit einem klaren Statement auf ihrem Spieltagstrikot entgegenrechte Gedanken stellen und dafür hat der Hauptsponsor des FC Ingolstadt dieses Jahr schon das zweite Mal den Platz auf der Brust des Trikots geräumt, um eben dieses Statement dort platzieren zu können. Finde ich extrem gut da als Verein sich auch ganz klar zu positionieren, sich hinzustellen und das auch öffentlich zu machen. Finde ich extrem ansprechend und vielen, vielen Dank dafür. Ja, kann ich absolut zustimmen, finde ich auch klasse. Hast du sonst noch was? Nee, sei denn du hast noch was, ich hätte sonst nichts. Und das gleiche Horn bläst ja im Endeffekt auch, auch wenn es ein bisschen milder ist, das Horn, das Statement von Eintracht Braunschweig, die auch, Eintracht Braunschweig hat ja keine, soll ich sagen, total unproblematische Fanszene, wissen wir alle, da gibt es, auch wenn es ein kleinerer Teil ist, aber da gibt es halt auch rechte Fans und die haben jetzt auch hier diesen komischen toten Johnny da, ich weiß noch, gegrüßt, der in der rechten Szene da gewürzelt war und da gab es dann, ausgeben als da der Genau und da gab es dann gleich ein Statement, die gesagt haben, dass sich der Verein davon distanziert überhaupt keinen Bock auf rechtes Gedankengut hat und so, das fand ich ein cooles Statement, einfach das nochmal klar zu machen, vielleicht auch irgendwie als Signalwirkung hier Leute, auch in schwierigen Zeiten nicht mit uns, ja, finde ich cool und ansonsten gibt es halt einfach so, ja, das wollte ich einfach nur, das wollte ich einfach noch einbringen, ansonsten gute Tat der Woche, ähm, fällt mir jetzt aktuell sonst nix ein, ich guck nochmal nach, können Sie ein bisschen aufheben, ja, auf jeden Fall, also ich mag es, es gibt immer wieder so viele kleine, schöne Sachen, gute Taten der Woche, aber schreibt uns gerne, wenn ihr noch was seht, wenn euch noch was auffällt, etwas Gutes, etwas Tolles, über das ihr berichten wollt, doch, und zwar, ähm, deshalb habe ich gestern einen Post-Tuber verfasst bei Twitter und jetzt gucke ich mal bei mir selbst nach und zwar, warte mal ganz kurz, und zwar waren, ähm, die, die Krebshilfe, die, die Kinderkrebshilfe, gestern, beim Fantreff waren, genau, beim Fantreff, und das finde ich immer eine schöne Sache, kann man ja auch mal kurz drüber sprechen, ich gucke jetzt mal ganz kurz, ähm, dass ich auch keinen Scheiß erzähle, genau, genau, im Fantreff, fand ich eine super Sache für 5 Euro, Hilfe für krebskranke Kinder, äh, Frankfurt e.V., da hat man sich so ein schönes, äh, SGE-Bändel da gekauft, in schwarz und weiß, und, äh, die Frau war, die Frauen war sehr freundlich und der Mann auch, und ich finde es eine schöne Sache, auch, auch, in Kombination mit dem Fantreff, der da auch sich zur Kooperation bereitgestellt hat und den Stand gegeben hat, so, das sind so Kleinigkeiten, die aus den Fans herauskommen und im Endeffekt ja auch für einen weiteren Fankreis sind, weil Krebs kann jeden treffen, auch jedes Kind, und ich glaube, da müssen wir auch alle zusammenstehen, super, schöne Tag, äh, schöne Tag des Tages und der Woche, finde ich. Finde ich großartig und da kann man auch gerne mal so einen Fünfer in die Kasse werfen, ohne dass man was dafür bekommt, das tut auch keinem weh. Auf gar keinen Fall. Finde ich gut und sollte, so Aktionen, soll das viel öfter geben und immer, wenn ihr sowas seht, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, geht hin, sprecht mit den Menschen allein, wenn die schon hören, dass ihr das gut findet, was die da machen, dann hilft denen das schon, weil das ist auch extrem anstrengend, da den ganzen Tag zu stehen. Jeder macht das natürlich halt auch für sich, das ist seine Freizeit, die er da in Anspruch nimmt und die er das aber gerne macht, weil die Leute glauben an was, die haben was Gutes, die haben ein gutes Gefühl und ich glaube, es ist toll, wenn man denen vermitteln kann, hey, was du machst, ist eine schöne Sache. Ja, das definitiv. Gut, dann haben wir da drei wunderbare, gute Taten, die es an dieser Stelle zu erwähnen galt und dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Kapitel, nämlich den Empfehlungen, da muss ich jetzt gucken, wenn ich den richtigen Knopf drücke, ich glaube, es ist dieser hier. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. So, da haben wir zwei Empfehlungen bekommen von Jens, der empfiehlt nämlich einmal das Fußballfilmfestival 11 mm in Berlin, da gibt es das Programm, da wird auch unter anderem, glaube ich, nochmal der Pokalsiegerfilm gezeigt, genau und der Max vom Rasenfunk ist auch da und nimmt an einer Podiumsdiskussion teil, also wer da zufälligerweise in Berlin ist und sich das anschauen möchte, der findet bei uns den Link oder kann einfach nach Fußballfilmfestival 11 mm suchen, das findet jetzt am kommenden Wochenende statt. Ja, supergeile Sache, finde ich sehr interessant, wenn ich die Zeit durch da hinfahren, wir sind aber nächste Woche ja woanders, ja, richtig, überall sein, aber schaut mal rein, wenn ihr da seid, wenn ihr eh aus Berlin kommt, ich glaube, machen wir nichts verkehrt. Genau, das definitiv und ansonsten für diejenigen, die nicht da sein können, sich aber noch ein bisschen mehr informieren wollen, gab es glaube ich auch beim Rasenfunk eine Folge dazu, ich habe sie noch nicht gehört und ich weiß auch nicht, ob ich das vor dem Wochenende noch schaffe, aber so wie ich Max kenne, ist das wieder irgendwas Zeitloses, das kann man auch danach noch hören. Dann haben wir noch eine weitere Empfehlung vom Jens und zwar empfiehlt er und ich glaube, die hatten wir hier auch schon das ein oder andere Mal, Countdown für Europa auf RTL Nitro, die hatten wir glaube ich schon das ein oder andere Mal, die haben ja die Eintracht da ein bisschen begleitet bei dieser Europa-Reise-Thematik, kann man auf jeden Fall nochmal reinschauen. Ja, Dann kann ich natürlich auch noch The Zone empfehlen. Ja, den habe ich mir schon aufgeschrieben, den Datsen Roadtrip mit uns allseits bekannten Persönlichkeiten, dieses Interwebs und zwar dich Marvin und Basti, Basti hat das vorhin ja schon erwähnt, die haben mich auf der Fahrt darunter begleitet, haben das Ganze dann vermutlich sehr stark zusammengeschnitten auf diese siebeneinhalb Minuten. Ich könnte mir vorstellen, dass da das ein oder andere Outtake-fähige Filmstück noch liegt. Wenn die Herrschaften von Datsen an dieser Stelle zuhören, ich würde das gerne kommissarisch verwalten, ich hätte da Verwendungszwecke dafür. Ah, du kompromittierendes Material, mein Lieber. Als wenn ich nicht schon über die letzten neun Jahre mehr als genug kompromierendes Material hier gesammelt hätte. Aber das muss man leider sagen. Viel hilft viel, ne? Ja, genau. Nee, aber ich muss auf jeden Fall sagen, ich fand, es war eine geile Zeit. Ich muss echt, echt sagen, die Jungs waren so gut drauf, die waren echt freundlich. Die haben, wir waren, wir sind mit zwei Leuten von The Zone runtergefahren und die waren wirklich gut drauf, haben auch ein bisschen mitgetrunken und wir hatten eine gute Zeit. Die hatten ja wahrscheinlich keine andere Wahl, oder? Ja, ist richtig. Aber es war sehr angenehm, mit denen das zu machen und ich glaube, da sind irgendwie lustige siebeneinhalb Minuten einfach draus entstanden. Ja, das definitiv. Und wer Marvin in Mailand auf dem Platz wildgestikulierend sehen will, der wird da auch fündig. Das stimmt. Sehr, sehr schön. Hast du noch was weiteres, was du empfehlen möchtest? Was will ich noch empfehlen? Lass mich mir ganz kurz überlegen. Nein, ich habe sonst nichts zu empfehlen. Ich glaube, die neue Fußball 2000 ist richtig cool geworden, aber das wisst ihr ja eh, liebe Leute. Und wir werden auch im zweiten Teil, der ein paar Tage später kommt, auch nochmal über die Pyro-Sache sprechen. Und ansonsten empfehle ich euch einfach allen Eintracht-Fans, genießen die Tabellenposition. Das, was die Eintracht momentan macht, ist magisch, 46 Punkte schon. Und einfach ein bisschen chillen. Das empfehle ich euch, weil wir brauchen die restliche Energie noch für die letzten Fußballwochen. Ja, ich glaube, das ist der beste Tipp, den wir treffen oder geben können. Nutzt diese Länderspielpause, um mal ganz, ganz kräftig durchzuatmen. Ein Wochenende ohne Liga-Fußball, mal ganz entspannt, vielleicht mit schönem Wetter. Geht raus, macht was mit der Familie, holt einfach mal Tiefluft, sammelt wieder Energie, weil in zwei Wochen ist hier schon wieder Kirmes angesagt. Da muss wieder motiviert werden. Es geht Schlag auf Schlag. Es ist ja so krass. Deswegen bin ich froh, das ist jetzt die letzte, vielleicht die letzte größere Pause, die wir bekommen vor dem Bundesliga-Endspurt, vor der Möglichkeit. Können wir die Champions League wirklich erreichen? Wird es denn, oder wird es so sein, dass wir zumindest die Euroleague vollkommen klar machen, was auch schon ein Riesenerfolg wäre? Wir reden über die Champions League, aber, liebe Leute, Euroleague wäre auch schon richtig geil. Und da darf gar keiner enttäuscht sein, wenn wir das sportlich schaffen, dass wir uns da festbeißen. Mega geile Sache. Wir sind jetzt momentan vier Punkte entfernt, beziehungsweise wir haben vier Punkte Vorsprung auf die anderen Leute. Wolfsburg beispielsweise. Da geht viel. Und dann Euroleague ist alles möglich. Niemand hat gesagt, dass wir gegen Lissabon ausscheiden müssen. Da geht noch so viel. Und ich glaube, das wird eine geile Zeit. Das werden die letzten geilen Monate. Aber dafür müssen wir erst wieder fit werden. Ja, das ist richtig. Damit hast du wunderbare Schlussworte gesprochen. Ich würde sagen, damit machen wir den Sack zu. Wir haben alle Thematiken auf unserer Liste in Gänze besprochen. Alle Links zu den Themen, die wir angesprochen haben, findet ihr natürlich unter eintracht-podcast.de. Wir freuen uns über Feedback, über Kommentare und alles, was da sonst noch irgendwie möglich ist. Wir sagen danke für alle die, die uns in der Vergangenheit so tatkräftig mit Kommentaren, mit Feedback, mit Vorschlägen oder auch mit kleinen Spenden unterstützt haben. Wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann findet ihr auch alle Infos dazu auf unserer Webseite. Wir machen den Sack zu. Wir wünschen euch eine erholsame Länderspielpause und wir melden uns irgendwie vor, nach, um dieses Stuttgart-Spiel, was da kommt. Wieder macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey, 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 hey Hey, hey, es kann am Anfang von. Hey, 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 es kann am Anfang von. Hey, hey, es kann am Anfang von.